So, 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 da ist er wieder und so fängt es auch immer wieder mit den gleichen Worten an, irgendwie habe ich mich da dran gewöhnt, weil es das erste ist, was in meinen Kopf kommt, Hallöchen, 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 so, jetzt noch den Tweet raus und dann gucke ich nochmal, ob Discord auch die Erinnerung bekommen hat, nicht, dass da wieder was hängt an Bord, 28. Oktober, heute 16.54 Uhr, hallo Mittelt, okay, Discord hat also auch funktioniert, sehr schön und willkommen, morgen, morgen, morgen ist Sonntag, ja, ich habe heute mir ein paar, ja, Sachen angeguckt und dann war ich so, boah, das hat ein Update, das hat ein Update, hier gibt es ein Halloween-Event und ich weiß gar nicht wo und dann dachte ich mir, ich weiß nicht, was ich mache, fangen wir einfach an, Terrascape, Land Nama, Geotastic, alle Sachen uns anzugucken und nachher machen wir dann noch irgendwas anderes im zweiten Teil, Ich würde sagen jetzt so bis 20 Uhr und dann glaube ich nochmal ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich durchgehend mache oder einen Break, kurz was esse, ich habe heute eher so einen Reste- oder Kleinigkeiten-Esstag, von daher mal gucken, mal gucken, mal gucken, heute programmieren, na, ne, dafür ist auch nichts vorbereitet, ich habe gerade mal Force Code installiert, aber die ganzen Verzeichnisse und Sachen sind alle noch auf dem alten Rechner, das ist noch nicht alles drüben, muss ich eigentlich noch machen, ich wollte die zwei Festplatten noch umbauen, dann alles auf die andere ziehen und dann löschen, äh, äh, aber vielleicht jetzt wo, wo länger Zeit ist, äh, vielleicht da und jetzt schon wieder, der kann das nicht, kann ich euch das zeigen, wenn ich jetzt den rechten Monitor freigebe, jetzt, na gut, jetzt ist es wieder okay, ah, wahrscheinlich geht das nicht immer, schön, doch jetzt dürfte man es sehen, ich weiß nicht, okay, äh, sieht man hier irgendwas, ich glaube, da sieht man nix, Game-Szene, jetzt ist die Schrift wieder okay, immer wenn ich irgendwas mache hier dran, äh, jetzt nicht, schön vorwärts, jetzt, jetzt, die Schrift wird gerade richtig krakelig, sieht man das im Stream? Wahrscheinlich ist es eh schon zu pixelig, als das man sieht, aber die sieht irgendwie nicht sauber gerendert aus, also hier rede ich, jetzt, wenn ich drüber gehe, ist wieder okay, äh, ich habe das Gefühl, ich spinne, aber das ist, seit ich den letzten Nvidia-Treiber installiert habe, den habe ich sogar neu installiert, und dann habe ich an den Nvidia-Einstellungen rumgespielt, vielleicht habe ich da irgendwas kaputt gemacht, jetzt geht's gerade, und manchmal fehlt die Schrift halt komplett, im OBS und alles, das ist nicht normal, und das habe ich halt auch in Spielen, also das ist dann nix spielspezifisches, hm, das muss ein Treiber-Problem sein, ich habe ja wegen City Skylines am Treiber rumgespielt, wenn man hier wieder, vielleicht ist da irgendeine Kanten, ah, eine allgemeine Kanten-Glättung war wahrscheinlich an, auch für diese Sachen nicht, das Anti-Aliasing, ähm, Transparenz-Ding wird das gewesen sein, ja, okay, das darf ich hier nicht ändern, das muss ich also programmspezifisch ändern, dass ich hier nämlich sage, dann, 40 FPS, oder, 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 können wir mal gucken, Land Nama, hat er hier gar nicht drin, erst nach dem Starten, dann wahrscheinlich, ersetzt blöd, King'n'Em-Cum hat er drin, Endzone, Empyreion, aber die anderen nicht, ich glaube, jetzt ist die Schrift auch wieder sauberer, okay, also stellt nicht global irgendwas ein, an eurem Nvidia-Treiber, das scheinen Probleme zu machen, für Anwendungen, die nicht, äh, Spiele sind, das ist ja echt, verrückt, vorgestrittene 3D-Einstellungen verwenden ist das nämlich, mhm, mhm, okay, dann muss ich nämlich für City Skylines, ja, das Einstellen, Vulkan OpenGL Darstellungsmethode, bla bla bla, äh, Multiframe Sampled MFAA, klingt gut, ein, Monitor-Technologie, G-Sync, klingt gut, Modus für geringe Latenz, bla, Dreifach Pufferung, das brauche ich dann alles nicht, Bitskalierung will ich nicht, und hier Lysing-Modus, äh, beliebige Anwendungseinstellungen außer Kraft setzen, so, versuchen wir das mal für City Skylines, weil es sieht immer so krampfig aus, und dann sollte OBS jetzt aber nicht mehr die Probleme machen, aber das war, das ist ja echt verrückt, äh, gut, dass ich da nochmal drauf gekommen bin, genau, was wir aber eigentlich machen wollten, nicht Spotty veröffnen, sondern Dings, und dann können wir da nämlich auch nochmal rüber gehen, Terrascape hatte ein Halloween-Update, und Land Nama hatte das 2.0 Major-Update, sogar schon am 16. Oktober, da habe ich noch gar nicht reingeguckt, es gibt jetzt Events, äh, Schwierigkeit wurde angepasst, die Weltgenerierung, Gebäude, neue Spielmodi, Clans, Winter, Reno, General, also alles mögliche ist hier passiert, und das des Spiels, wo ich am ehesten ausraste, dachte ich mir, gucke ich zuerst da rein, dann kann ich das hier mal runterladen, gut, dass ich es nicht runtergeladen habe, ähm, dann gucken wir uns das Halloween-Update von Terrascape an, ja, Stadios und Cosmoot hier nicht, genau wie Planet Crafter, das sind eher so größere Sachen, die man über den Winter machen kann, und, das war so der erste Plan, ähm, Geotastic hat ja noch irgendeine Halloween-Map, die könnte man also auch machen, ähm, obwohl das morgen wahrscheinlich genauso gut passen würde, und, ja, ansonsten, Wandering Village war durch, Worker Resource hat keine Updates bekommen, also, seit es diesen Rechtsstreit gab, gab es auch kein größeres Update mehr, das muss man auch sagen, ein kleineres gab es hier mal, oder ja, okay, und, und diese große Version, die aber dann diese ganzen Fehler hatte, genau, aber, da ist echt ruhig geworden drum, seit das war, das ist echt schade, sonst haben die echt, einmal im Monat, einen großen Patch rausgebracht, mit irgendeinem Feature, oder zumindest einen großen Bugfix-Beitrag, aber, ähm, das hat sich dann echt, verlangsamt, also, es war auf jeden Fall mal, ein bisschen schneller früher, und die haben so viel in der Pipeline, so Sachen, die dann ewig nicht reinkommen, oder nur in der Beta drin waren, ja, naja, gut, dann also, Land Nama, ich glaube, Land Nama hatte ich auch eingestellt, ne, ich weiß es schon gar nicht mehr, ja, Version 2.0 von Land Nama, gucken wir da rein, und das geht auf dem falschen Bildschirm auf, natürlich, Willkommen, da dieses Spiel nur von drei Freunden entwickelt wird, brauchen wir euer Feedback, okay, Einstellungen, Vollbild weg, rüber, Vollbild rein, und schon haben wir es auf diesem Bildschirm, also, ich muss sagen, unter Windows 11 hatte ich diese, äh, 10 hatte ich diese Probleme nicht, also, dass ein Spiel mal auf dem falschen Bildschirm aufging, war eine Seltenheit, und da hatte ich auch nicht den anderen Bildschirm, als Hauptbildschirm, war sehr merkwürdig, und was für einen Rechtsstreit haben die, hatten, jemand hat behauptet, ihr, das war das hier, äh, dass, äh, der Spielmodus, den sie eingeführt haben, von irgendeinem schon vorher erfunden wurde, und der hat dann alle Accounts von denen sperren lassen, inklusive dem Steam-Account, weil in unserer Gesellschaft natürlich erstmal, der Klagende recht hat, bis der Beklagte dann sein Unrecht beweist, ja, das war, war toll, Windows 10 ist auch außerdem das letzte Windows, was ich jemals brauchen werde, Windows 12 wird wahrscheinlich gar nicht mehr am P10 zerliert, sondern nur noch gestreamt, ah, das heißt, niemand benutzt es, weil bei den Internetzuständen, die man hat, keiner es jemals laden kann, und Schutzvermutung gibt es nicht mehr, naja, der hat eine einstweilige Verfügung bekommen, und damit konnte er alle Accounts erstmal sperren lassen, aber schon eine ganze Weile her, wir haben damals ja drüber geredet, es war, glaube ich, relativ zum Anfang Juli, Juni, als ich wieder angefangen habe zu streamen, da, wo wir auch das Spiel uns angeguckt hatten einmal, war es sogar August, ja, auf jeden Fall, irgendwann Mitte des Jahres war das alles, hat die, glaube ich, sehr getroffen, weil natürlich, du als kleines Indie-Team von vier Leuten oder was, dann natürlich auch immer, komplett raus bist bei sowas, nicht, und dann, keiner irgendwie, die Möglichkeit hat, ja, lassen wir, so, ähm, so, neue Clans und Vorteile freischalten, Erfolge, Saga beginnen, Expedition beginnen, tägliche Prüfung, freigeschaltet nach Verinnerung einer Saga, hey, ich habe doch eine Saga schon freigeschaltet, wird denn der komplette Zustand zurückgesetzt, sind jetzt meine Clans weg, ich habe nur meine drei Clans wieder, okay, man muss jetzt über Punkte die Sachen freischalten, okay, naja, das ist der Nachteil einer, äh, Early Access Sache, nicht, ähm, alles, was immer niemals hatte, ist weg, das heißt, wir müssen eine neue Siedlung, äh, Saga schaffen, um hier überhaupt Erfolge zu kriegen und die tägliche Aufgabe zu machen und Ruhen kriegen wir dadurch und dann können wir die Clans freischalten, alles klar, ja, und hier können wir erstmal nur, ne, hier kann man aber dafür jetzt sofort jeden Modus nehmen, alles klar, aber wir fangen dann mit normal an, das ist aber, nett, oh ja, aber war auf jeden Fall, blöd für die, nicht, aber das, das hängt dem Spiel immer noch nach, ich glaube, zu der Zeit haben sich auch diese 100 Bugs aufgestaut, weil sie einfach zwei, drei Wochen nicht, gar nicht entwickeln konnten, also sie durften auch nicht am Code arbeiten und ihn verändern, nicht, ähm, weil das alles on hold war, aber ist klar, wenn das beschlagnahmt ist, um Untersuchungen anzustellen, vielleicht sogar die Rechner einkassiert wurden, bis du die zurückkriegst, ist wahrscheinlich eine unschöne Sache und nur war einer irgendeine Behauptung aufstellt, das ist heutzutage echt, sollte man vielleicht sensibler vorgehen, nicht, wie du schon sagst, Unschuldsvermutung vielleicht auch ein bisschen, gerade in solchen Fällen, stärker nehmen, aber klar, wenn ein Richter eine einstweilige Verfügung ausstellt, dann kann er alles machen, was er will damit, nicht, er war ja nicht in Deutschland, nicht, das muss man da zusehen, aber, ich weiß gar nicht, wo die sind, äh, wahrscheinlich Ukraine oder so, ukrainische Entwickler oder russische, also, keine Ahnung, und ich weiß auch nicht, wo der Kläger war, kann sein, dass der irgendwo saß und das da in dem Land gemacht hat, nicht, aber, klar, das erfährt man nicht, was mit dem passiert ist, der die Behauptung aufgestellt hat, ist ja Opferschutz, also, ist ja kein öffentliches Verfahren, insofern gewesen, sie haben sich dazu nicht weiter geäußert, sie haben nur gesagt, das ist jetzt beigelegt, sie haben alle Accounts wieder, und dürfen weiterentwickeln, und gut ist, und ich glaube, das ist auch richtig so, das hat uns auch nicht anzugehen, geschweige denn, wer das genau war, also, die Person weiß schon selber genau, was sie falsch gemacht hat, denke ich, aber so ein kleines Indie-Team einfach zu schaden, anstatt ihm zu helfen, ich meine, wenn ich einem Indie-Entwickler sage, mach doch die, mach doch die Straße, äh, dunkelbraun anstatt hellbraun, und der macht das, dann verklage ich ihn deswegen ja nicht, also auf die Idee, dass das vielleicht dunkler sein muss, wäre er auch alleine gekommen, nur weil ich das in irgendeinem Forum, in Steam schreibe, habe ich doch kein Recht da drauf, dass er das deswegen nicht ändern darf, das ist so absurd, so ein Gedankengang, aber es gibt solche Individuen auf der Welt, drei Wochen keine Arbeit machen können, das ist ordentlich Geldverlust, definitiv, sie durften es ja auch nicht auf Steam verkaufen, in der Zeit, oh, aber der Bug ist immer noch da, also dann war das nicht das Problem, naja, okay, also, vielleicht hat OBS ein Problem, oder mein NVIDIA-Treiber, ich guck mal kurz, gibt's da vielleicht einen neuen, vom 26.10., ja, da gibt's einen neuen, Natives Gamesporting, DSS 3.5, Ghostrunner, Alan Wake, interessiert uns alles nicht, und VR-Desktops, interessiert mich auch nicht, aber wer weiß, was da noch alles für Fixes drin sind, ich kann ihn ja schon mal runterladen, okay, welchen Clan nehmen wir dann jetzt, die Baumeister, die kann ich gar nicht nehmen, ich kann nur den einen nehmen, ja, ich kann nur den hier nehmen, aber nicht mal den normalen, ja, ich kann nur den nehmen, ich dachte, es gab auch einen ohne irgendwelche Boni, warum es den nicht gibt, halt vom Starten an, der ist wohl weg, okay, es gibt nur den 1 pro Ernte von Heimatfeld, und 5 Siedlungsbeginn, das hier ist Island, ja, ja, bla, bla, wir kennen ja die ganzen Sachen, und dann fangen wir, fangen wir beim Gletscher an, ich würde sagen, ja, 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 der slowakische Entwickler 3D Vision vermeldet nun auf den, dass ihr Spiel wegen Beschwerden bezüglich des US-amerikanischen DMCA vom Steam entfernt wurde, Amerikaner war das, okay, ja, nicht, es ist halt lächerlich, es ist das gleiche mit YouTube, weil irgendein Sound ähnlich klingt, wie ein anderer Sound, hast du gleich eine Urheberrechtsverletzung, und du kannst gar nichts machen dagegen, weißt du, und das Einklagen kann jeder machen, das ist auch so, und das Mailen, das ist einfach ganz, ganz wild, oder im schlimmsten Fall macht das irgendein Algorithmus, der gar nicht genau differenzieren kann zwischen solchen Sachen, ja, DMCA ist auf jeden Fall kein sinnvolles Instrument, nicht ausgereift genug für die heutige Zeit, für Printmedien und so, alles schön und gut gewesen, dass du nicht irgendwie eine Zeitschrift 1 zu 1 abdruckst und als seins verkaufst, aber weil du irgendwo auf etwas Bezug nimmst, quasi, oder, ja, das, ich meine, das muss ja eigentlich unter Werberecht fast schon Geld mit einem Spielspiel, und der, der die Musik an den Spielhersteller verkauft, muss ja eigentlich klar sein, dass auch die Musik gestreamt werden könnte in den heutigen Tagen, also ich finde, da müssten auch die Leute da mehr in die Pflicht genommen werden im Vorfeld, ähm, und nicht, dass die Endnutzer am Ende einfach die Bösen sind, obwohl sie gar nichts können dafür, ich meine, man kann ja nicht mal die Lizenz der Leader und der einzelnen Sachen herausfinden, wenn man will, geschweige denn, äh, bei so einer Einklagung, wenn irgendjemand sagt, äh, die Grafik ist von mir, ja, was willst du da machen? Ein magischer Anblick, Ankunft im Hörner für Dürr, okay, ja, 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 kann man die ausmachen? wir kennen die ja alle schon, ja, 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 kann ich das bitte ausmachen? Okay, das nervt ein bisschen, das Tutorial, weil man das halt schon hatte. Okay, sieht auch alles ein bisschen anders aus, ich fand's vorher ein bisschen schöner, ist jetzt ein, das hier ist so riesig, das hier ist so klein, muss ich mich dran gewöhnen, ja, boah, okay, Bau ist abgeschlossen, ich konzentriere mich gar nicht da drauf, was ich mache, weil ständig irgendeine Meldung kam, ich muss doch erkunden, okay, jetzt sieht man hier zumindest, was man freischaltet, wenn man das, äh, upgradet, das ist gut, anscheinend hat er einen Spieler selbst Geiz geschrieben zum Spiel, ja, ja, ich weiß, ich weiß, was los war, es war richtig lächerlich, ja, ja, der hat, äh, wie gesagt, nur weil ich irgendwie sage, äh, die Farbe ist jetzt rot, und schreibt das in Steam hin, habe ich doch kein Anrichter drauf, den Steam-Account zu sperren, wenn die sagen, okay, es ist jetzt rot, und was können wir denn noch machen, eine Hütte, Siedlung kann nicht ohne Hütten wachsen, je mehr Hütten, desto mehr Raum für Wachstum, solange ein Gebäude außer Hütte auf Nachbar fällt, maximales Leben, okay, klingt ja eigentlich nicht schlecht, was haben wir hier, Hochland, Jäger, warten wir mal ab, was hier rauskommt, Milder, Milder, milder als üblich, wir haben kein Winterzeug, das ist sehr gut, haben wir zwei, ah, wir haben ja auch zwei, Dinger, Der Winter kommt, stelle sicher, dass genug Herzblut übrig ist, ja, können alles ausgehen, wenn man danach geht, dürfte kein Spiel mehr Feedback bekommen, genau, weil es dann nicht mehr ihre Idee ist, so in etwa, Hä? Jetzt geht es wieder hoch? Was? Unglaublich, Mengen von Eis sind in großen und kleinen Brocken an Land gespielt worden, es gibt keinen sicheren Ort, an dem man Boote zu Wasser landen kann. Was? Aber warum? Es gibt Gerüchte über ein untotes Wesen, das nahe gelegen im Weite streift, alle sind nervös und Großteil des Kleins bleibt vorerst in der Nähe ihrer Häuser. Erkundungen sind teurer. Okay, das ist nett mit den Effekten, aber zu viele. Ja, ja, ich weiß, Winterzoll. Einnahmen. Was als ruhiger Tag begangen, änderte sich schlagartig als ein Sturmaufzug, plus zwei Winterzoll. Äh, okay, Spiel, chill mal. Ich finde es jetzt echt unübersichtlich. Vorher war das echt klarer hier. Und vor allem, die Entwickler können doch auf Feedback der Spieler eingehen. Ja, richtig. Vor allem ist es nicht mehr 1 zu 1 umgesetzt gewesen damals. Das war ja auch die Sache, nicht? Da waren irgendwie zwei, drei Sachen, wo du sagen könntest, okay, das geht in die Richtung. Zum Beispiel, Fahrzeuge müssen erst das Baumaterial an der Grenze abholen. Aber, das ist ungefähr, wie wenn ich sage, in Tetris kann ich, äh, nicht nur die Blöcke links herumdrehen, wie wäre es, wenn ich sie auch rechts herumdrehen kann? So. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja nur eine Anmerkung. Oh. Also. Das war wirklich sehr, äh, haarsträubend. Torfarm können wir gar nicht bauen. Jetzt. Die brauchen wir aber auf jeden Fall. Ich habe echt null Überblick, muss ich gestehen hier gerade. Sechs. Das ist das, was wir jetzt kriegen. Okay. Ausbau abgeschlossen. Habe ich den Ausbau gemacht? Okay, wusste ich nicht. Okay, jetzt muss man hier, Aha. Okay, es ist echt komplett neu, nicht? Aber das führt auch dazu, dass Spiele dann kein Modding mehr, äh, hergeben oder sogar untersagen. Oder gar nicht mehr in den USA verkaufen, wenn sowas herauskommt. Richtig. Was dann wieder nicht möglich ist, weil dann dürften sie nicht auf Steam sein. Weil Steam, ja, auch, glaube ich, auf dem amerikanischen, äh, Recht beruht, nicht? Das heißt, du müsstest alle Dienste, die amerikanischer Natur sind, vermeiden, sonst könntest du immer wieder über diesen Weg belangt werden. Allein, wenn du einen Server in den USA hast, dann kommt es über den Server halt die Klage rein oder so. Keine Ahnung, wie weitreichend sowas bei denen ist, aber da kann ich mir alles, da kann man sich sicher alles an den Haaren herbeiziehen. Torfarm zählt als Wiese, als Bonusfelder. Wäre gar nicht so schlecht vielleicht. Holzfäller wäre doof. Fischer kann zweimal gebaut werden. Weiß halt nicht, wie viel Fisch es gibt. Jäger zählt Wald, aber Jäger ist doof, nicht? Torf ist gerade irgendwie sinnvoller. Und wann läuft das hier wieder ab? Oder ist das permanent? Expertise verfügbar. Ich bin leicht verwirrt, auf jeden Fall. Können wir 16 speichern von 16. Erkundungen sind halt so super teuer wegen dieses Ding und das geht irgendwie nicht mehr weg. Das hat mir vorher besser gefallen, dass es temporäre Effekte waren. Spielt sich nicht mehr ganz so fluffelig. Und mit diesen, diese Dinger, ich will die lieber meiden, weil die haben mir dreimal was Schlechtes eingebracht. Warum soll ich die denn aufdecken? so ein bisschen ungeil. Wir müssen eigentlich das erweitern, sonst haben wir Aurora plus ein maximales Leben. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir müssen hier ein Haus oder sowas hinbauen. Und hier vielleicht den Holzfäller. 21 kriegen wir. 27 können wir jetzt speichern. Wie geht der Winterzahl so einfach krass hoch durch diese Dauereffekte. Das nervt ganz schön. Genau auf 0. Das war scheiße auch. Zerstört zerstört ja natürlich zerstört eins von zwei Gebäuden, die ich habe. Oh, so richtig natürlich auch noch den Jäger. Bau den Jäger wieder auf. Wir können auch nur 27 speichern. Weinen hier gesagt, Torfform. Baut die sich jetzt von alleine aus? Okay, man baut das Ding gar nicht mehr aus. Alles klar. Das heißt, ich muss hier immer die Dinger hier setzen oder was? Okay, jetzt sind wir tot. Ah, der Wegvisier rettet einen komplett jetzt dafür. Okay. Was kann ich in den Dingern bauen? Nix mehr dafür. Ist auch schade. Hm. Ich warte auf Version 3.0, glaube ich. Also vorher war das irgendwie alles klarer. Dem Wachstum und so. Ich muss also 15 Herzen kriegen, damit die wächst und dann wächst die. Aber da muss ich nicht mehr sagen, wachse. Muss ich dann nur die Expertise wählen. das ist ja so super teuer, die Erkundung. Also das werden wir auf jeden Fall verkacken. Kosten von Erkundungen. Ja, natürlich. Oh, nee. Da habe ich schon keinen Bock auf diese Siedlung mehr. Sage aufgeben. So, wir fangen nochmal von vorne an. Äh, 25% von Ereignissen sind Flüche. 25%, das kann ich nicht glauben. Ich hatte irgendwie 100%. Ich hatte ein positives Ding. Winterzoll geht runter und dann danach plus zwei Winterzoll plus zwei Dinger. Das kann doch nicht sein. Also das ist irgendwie scheiße gemacht. Ich glaube, da funktioniert der Zufallsalgorithmus nicht. So, aber gut, dass wir mit dem Gletscher anfangen. So, was bedeutet überhaupt das Ding da? Laufungkonstruktionen sind geringer. Das war schon mal positiv. Oh, da könnte ich den Jäger bauen. Okay, jetzt ist die Frage, holz hier, holz da. Holz wo? Ausbau ist abgeschlossen, Expertise wählen. Weiß ich noch gar nicht. Das lassen wir mal. Das für den Bau vorgesehenen Holz wurde nicht richtig gelagert. Plus eins Kosten von Konstruktion. Okay. Aber wir haben hier anscheinend einen guten Vorteil von Holzfällern. dann gehen wir da auf den Holzfäller rauf, der jetzt hier noch besser wäre. Wir müssen im ersten Jahr nichts zahlen. Und dann von 0 auf 11 ist schon echt hart. Wegen unserer Produktion. Okay. Und hier können wir mal so ein Haus bauen. Das erhöht also nur die Lagerfläche. Nicht wie früher. Winterzoll Minus eins. Okay. Dadurch, dass man jetzt nicht mehr überall was bauen kann und das hier nicht planen kann, finde ich das irgendwie nicht mehr ganz so schön. Jetzt hängt alles von den Erkundungen ab. So ein bisschen. Weil jetzt habe ich genug, kann aber nichts mit machen. So. Das heißt, ich muss erst erkunden, um dann Gebäude zu setzen und dann eventuell bei Glück dann was zu bauen. dann haben wir hier mal Schaaswiese, ob das gut ist oder nicht oder nicht da hingestellt. Die müssen wir jetzt abreißen und da nochmal aufbauen. wir brauchen eigentlich 26 kriegen jetzt 17 dazu, 27 okay, es passt also. So, abgeschlossen, Expertise wählen. Jetzt wäre der Holzfäller zählt Moor als Bonusfeld. Ah, okay. So funktioniert das. Okay, wäre also ein doofer Vorteil. Kosten von Erkundung. Jetzt haben wir wirklich mal Glück gerade. Entdeckung, finde ein Wahrzeichen, Saga-Effekt, glitzernde Edelstein aus Eis am tiefschwarzen Ufer. Minus 5 Winterzeug. Das hängt jetzt echt von diesen Zufallsereignissen ab, auf dieser Karte. Noch mehr als vorher. Und das hängt von den Erkundungen ab. Das heißt, wenn du nicht erkunden kannst, bist du tot. Das ist auch komplett blöd dann. So, und jetzt kann ich nicht mehr speichern, wenn ich nicht mehr Hütten baue. Wenn ich den jetzt abreiße und da hinsetze, wäre noch besser. Schlaf eine Wache. Okay, die Torfarm. Das ist okay. oder was auch immer da stand. Ich will nichts bauen. Das ist der Jäger, nicht? Den erkunden wir mal für den Jäger so ein bisschen. Und hier können wir bauen wir hier die Torfarm. Das Problem ist echt gerade, dass wir nichts speichern können. Plus 1 Ernte Feld Bonus 1 plus Ernte. Bauen wir den. Keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Jetzt können wir 36 speichern. Ich weiß echt null, nach was das gerade geht. Vorher war das alles irgendwie klarer. Die Werte steigen, springen, gehen runter. Das mag cool sein, aber ich verstehe es einfach nicht. also das Problem ist vielleicht, weil man das Spiel von vorher einfach zu stark kennt. Und das zeigt immer an, wo ich am ersten hingehen sollte oder was? Und hier kann ich halt nichts mehr reinsetzen. Die Gletscher waren halt vorher cool, weil man da dann irgendwas hin reinsetzen konnte. An Gebäuden. So, da können wir dann. Kann ich nicht bauen. Ah, okay, geht nur neben anderen Gebäuden. Das ist ja scheiße. Das ist klar. Oh, oh. Wir müssen jetzt haben wir nämlich genau das Problem, dass ich nirgendwo mehr was hinbauen kann, was uns den Speicher erhöht. Hier könnte ich eine Hütte reinbauen. Okay. Eine Hütte geht aber auf Felsen. Immerhin. Das erhöht dann den Speicher. Okay. Plus für Winterzoll. Wow. Plus für maximales Leben. Schön. Nur ein bisschen zu spät. Sjönen. Den zweiten Holzfäller kann ich noch nicht bauen. Ah, super. Erkundungen sind jetzt noch günstiger. Kann ich hier... Okay, solange noch ein anderes Gebäude außer einer Hütte, kann ich da eine Hütte hinsetzen. Das ist klar. Oh, das war schlecht. Das war, glaube ich, auch schlecht. Ja. So, wir müssen hier unbedingt die Hütte überbauen. Um mehr speichern zu können. So, der hat jetzt vier. Hier hat er eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, den müssen wir nochmal abreißen. Hier den Fischer wieder hinbauen. Und dann sagen, Fischer baut doppelt so viel. Okay, das ist sehr teuer. Deswegen machen wir es nicht vor dem Winter. Jetzt bauen wir uns aus. Das heißt, nur über die Anzahl der Herzen, die ich kriege, kann ich besser werden. Expertise. Heutzfäller kann zweimal gebaut werden. Wäre, glaube ich, gar nicht so gut gerade. Maximales Leben. Hallo, Logical. Was nehmen wir denn dann? Weide. Jäger zählt weit als Bonus für der Jäger. Der Jäger kann zweimal gebaut werden. Ich finde Jäger. Fischer zählt Feld. Ernte von Fischer. Dann nehmen wir den Fischer. So. So. Lalalala, Gschickl. Prüfung eins von zwei erledigt. Na, immerhin. Erledigt heißt aber auch bestanden, oder? Oder hinter dich gebracht. Und eins von zwei sind nur 50%. Gemein, ich weiß. Winterzoll wird erhöht. Na, toll. Können wir hier was bauen? Nein. Können wir hier was bauen? Kai-Produktion. Kann ich den hier hinsetzen? Ja. Ja. Feldbonus. Wir können da auch ein Haus hinbauen auf diese Insel. Was bringt der mir denn? Ja, hinten ein bisschen was danach. Okay, wir haben genug davon. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, bauen zu können. Zweiten Jäger oder sowas. Na, ich gehe sehr stark davon aus, dass ich das hinter mir habe. Das tun sie doch alle. Dauert bestimmt wieder sechs Wochen, bis ich Ergebnisse bekomme. Na, ist ja Standard. Ist ja fast schon schnell. Hat doch schon mal zwölf gedauert. Ja, siehste. Okay, wird ausgebaut. Dann müssten wir doch gewonnen haben hier nach. Kosten von Konstruktion. Hm. Okay, also irgendwie verstehe ich, also das war vorher irgendwie knackiger, entweder hast du Pech und das Spiel ist absolut scheiße, dann hörst du auf, oder ist es so einfach, weil du einfach keine Probleme hast, das war früher anders, Clan freigeschaltet, okay, noch ein Clan freigeschaltet und ein paar Erfolge bekommen, 1 von 6 Besiedelten in 10 Wintern und 1 Monden, minus 5 Winterzoll haben wir jetzt, das ist sehr gut, zumindest könntest du zur Prüfung antreten, bei mir gab es mal den Fall in der Uni, wo ich nicht genug Plätze bei der Prüfung für den Termin hatte, das ist auch nicht schlecht, es gab einfach doppelt so viele Teilnehmer oder so wie Prüfungsplätze und wer nicht schnell angemeldet hat, gab es halt keinen Platz mehr, ja, ein Semester später nochmal antreten, aber das war auch schon immer so, gerade wenn in einem Jahrgang davor sehr viele hängen geblieben sind, dann gab es im nächsten Jahr halt weniger Plätze und die, die hängen geblieben sind und dann nochmal angetreten sind, hatten halt immer einen Vorteil, Vorteil, nicht, die haben bevorzugt den Platz bekommen, Hütten auf Sterne gewähren 10% maximales Leben, okay, plus 10% maximales Leben, was haben wir noch, Felder um das Heimatfeld sind bereits erkundet, okay, bringt jetzt nicht so viel auf Dauer, dieser Clan hat bereits eine Region besiedelt, okay, ich kann also nicht wie früher den gleichen Clan immer nehmen, dann nehmen wir den hier mit weniger Erkundung und dann sagen wir, das nächste schwierige, das wäre nämlich dann das Hochland, und dann sehen wir, was wir hier schon erkundet haben, bauen aber erstmal einen Fischer, und hier vielleicht, dann, wenn das Geld drin ist, den Jäger, oder, ja gut, eine normale Uni kann schon ziemlich vergessen, Boah, ey, ich weiß nicht warum, aber OBS, ich kann den Chat einfach von OBS nicht lesen, der ist einfach kaputt, sehr, sehr merkwürdig, Ähm, eigentlich haben wir ja noch genug, dann können wir hier auch erkunden, Minus 3 Winterzoll, jawoll, Das ist die Frage, ich gehe erstmal auf die Felder, die nicht negativ sind, und gucken wir mal hier, falls hier noch Holz ist, Wahrscheinlichkeit, wo ist mehr Holz, Okay, das heißt, Ausbau ist abgeschlossen, ja, da weiß ich noch nicht, was wir nehmen, das müssen wir kurz warten, bis wir die Gegend besser erkundet haben, auch wenn da was Negatives ist, dann würde ich sagen, irgendwo hier muss Wald hin, Aurora, okay, Ich glaube, wir sollten hier auf jeden Fall auf Wald gehen, Erkundungen sind günstiger, okay, dann gehe ich glaube ich hier hin mit dem Wald, dann haben wir drei Boni, das sollte schon ordentlich helfen, Was hat das mit Politik zu tun? Vorsicht, hier gibt es Timeouts, laut Regelwerke, ja, 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 solange ihr nicht mit mir über Politik redet, ist alles okay, nicht zu viel zumindest, manchmal lasse ich mich hier reinziehen, Werbegeschenke wurden ausgeteilt, mit hat die Uni aber meistens nichts zu tun, wenn die das oft mitkriegen, die Offiziellen, dann unterbinden die das auch, was so Studentenverbindungen auf dem Campus machen, kann man glaube ich gar nicht so kontrollieren, bei so einer großen Uni, also gehe ich auf ein anderes, wo das nicht so der Fall ist, okay, es gibt eh kein Winterzeug gerade, jetzt der erste Winterzeug, das ist gut, können schon mal aber den hier abreißen, müssen warten, bis der hier, und hier den aufbauen, das ist die Frage, wo bauen wir hier vielleicht das erste Haus hinbauen, damit wir mehr speichern können, wir haben so viel übrig, einfach, wir haben 27 und 7 brauchen wir nur, weil man kriegt am Anfang zu viel Nahrung, die man nicht hier in den Ausbau stecken kann, finde ich irgendwie nicht mehr ganz so geil, ja, die meisten Unis versuchen auf jeden Fall neutral zu bleiben, egal was da verteilt wird, oder was da Thema ist, ist schwierig nicht, der beste Artikel in der Zeitschrift war, dass einem erklärte, dass Menschen, die viel leisten, homophob seien, okay, interessant, ja, das ist, äh, merkwürdig, glaube ich trotzdem nicht, dass es von, der staatlichen Seite der Uni, ausgegeben wird, würde mich stark wundern, was mit den Zeitschriften gibt es auch bei uns, ja, es ist halt die Frage, wer das erlaubt mit diesen Zeitschriften, und wer die wirklich publisht, ob das wirklich was staatliches ist, ich kann es fast nicht glauben, das ist nur die Frage, hier hinten, Winterzoll geringer, hier hinten können wir noch eine Hütte hinbauen, können wir hier noch eine Hütte hinbauen, nein, der Jäger war hier, wenn ich den Jäger hier hin ziehe, hat der 1, 2, 3, 3 Boni nicht, das heißt, den reißen wir ab, Gerberproduktion, okay, dann bauen wir ihn hier wieder auf, dann hat der, juhu, dann hat er die mehr, wir haben das Ding gefunden, Achso, wir müssen hier mal was wählen, nicht? Das ist, glaube ich, das Problem, dann wählen wir noch ein, ein, Holzfäller, Jäger, Holzfäller, dann kriegen wir nämlich gleich die nächste Ausbaustufe, Das hier kostet nix, nehmen wir mal das mit, maximales Leben, neutral ist die Uni heutzutage nicht, ja, komm, wie gesagt, ich kann das schlecht beurteilen, aber, die, 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 der staatliche Teil der Uni ist eigentlich super, neutral immer gewesen, oder zumindest der offizielle, außer es ist eine private, oder eine Fachhochschule, die privat betrieben wird, dann ist es was anderes, aber, eine richtige Uni, die, mischt sich eigentlich nicht was ein, da sind natürlich verschiedene Organisationen auf dem Campus, äh, und die machen, was sie wollen, das ist schon eher der Fall, und die verteilen auch Zeitschriften, Flyer, Aufkleber, kommen einfach in den Unterricht, Flug schreiben, aber das kannst du halt nicht verhindern, so waren Unis sogar schon im 18. Jahrhundert. Ausbau ist fertig, na, guck an, Holzweller zählt Moor dazu, brauchen wir nicht, im zweiten Fischer, Ernte vom Fischer, der Fischer ist nicht so gut, Ernte von Jäger, ja, nehmen wir den dazu, wenn der Jäger jetzt nicht so viel hat, gerade, vielleicht ist hier noch ein Torfding, aber noch ein Hochland, ich kann nicht auch kein Dings reinbauen, nicht, und hier, ja, das sind seine Bonus-Sachen, das heißt, hier könnte ich höchstens noch eine Hütte hinbauen, so, ich meine, auch hier könnte ich noch eine Hütte hinbauen, nicht, weil das Torf bringt jetzt nicht so viel, am Boni, private Unis sind wahrscheinlich sogar besser, weil dafür bezahlt wird, zumindest von der Motivation der Arbeitskräfte, denke ich, ja, also das Jahr, was ich auf der einen Uni probiert hatte, war wirklich nicht allzu super, ja, das ist ja, in Amerika gibt es ja auch diese Rankings, welche Uni gut und schlecht ist, und, äh, dann da verschiedene Kategorien, nicht, die kämpfen da ja auch wirklich um ihren Ruf, ähm, und, ich meine, in Deutschland müsste es sowas eigentlich auch geben, und da sind auch viele Unis, wo man sagt, naja, wenn du auf der warst, warst du eigentlich, hast du eigentlich nichts gelernt, nicht, und, zerstört ein zufälliges Gebäude, na, klasse, ja, die Qualität ist nicht immer optimal, auch bei uns, aber man kann sich ja über alles ärgern, das ist wahr, verpflichtende Kurse, ja, gut, das hast du immer, dass irgendwelche Kurse, die dir nicht in Kram passen, verpflichtend sind, und sei es Mathe, okay, jetzt ist halt die Frage, wo kriegen wir mehr, hinten vielleicht noch, wir brauchen mehr Punkte, wir brauchen mehr Punkte, wir haben gerade so die 33 geschafft, die 28 meine ich, wo, nein, ich wollte doch, das war dumm, genau auf null runter, ich muss, da muss ich mehr aufpassen, Mathe ist was ganz anderes, weiß nicht, ich würde Mathe glaube ich schlimmer finden, so der zweite Jäger, den können wir hier hinten hinsetzen, vielleicht bringt der uns ja was, ach so, ach, der Jäger war abgebrannt, deswegen haben wir so wenig auch Zeug, okay, dann muss der Jäger jetzt hier wieder runter, hilft ja nix, da ist ja abgebrannt, der andere hier nicht, das würde ich gerne einfach so ein Rebuild Button oder sowas, damit man das sieht, aufgehört nach einem Jahr, und der Rest war auch nicht so prickelnd, aha, ich habe da auch nicht durchgezogen, also Uni muss man schon auch für gemacht sein, manche passen besser zu einem, außer von den Menschen nicht, gibt es auch manchmal, dass man da einfach sagt, so richtig geil ist hier jetzt aber nicht, okay, wir verdienen nur 17, das heißt, wir kriegen aktuell zu wenig rein, ein Effekt, minus Winterzoll, ein Goti, okay, okay, und wir können hier hinten hoffen, dann bauen wir hier die Weide, der Fischer könnte, wir reißen den Fischer ab, dann kommt er da hin, die Wahrscheinlichkeit, dass hier mehr Fisch ist, ist größer, als hier drin, und dann bauen wir hier gleich, noch den Hafen dazu, jetzt können wir hier noch bauen, noch ein Haus, bauen wir noch ein Haus, gerne über die Kursen, die ich so gesehen habe, da kommen was Ansprechendes dabei, oder waren nur sehr kurz, und dann ist es ärgerlich, wenn man sich an den, an sich gute Kurse hätte, die dann zu kurz kommen, aber Zeit dafür, dass andere, ich nenne sie mal, komische Kurse gemacht werden, die Frage ist halt immer, ja, dann ist vielleicht, eine Ausbildung, einfach das Richtige, in so einem Fall, da hast du sowas eher weniger, also zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber wir brauchen noch fünf Dinger, okay, auch dass er jetzt anzeigt, wo die Sachen sind, weil es so viele davon gibt, nicht, sonst findet man das gar nicht raus, zweiter Holzfäller, können wir nicht machen, haben wir hier noch irgendwas übrig, keine Expertisen, oh, wir brauchen noch zwei Runden, äh, zwei Dinger sogar, okay, ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen, Kosten von Erkundungen sind günstiger, okay, jetzt ist es auch besser, mit dem Zufallsgenerator, die erste Runde war echt cursed, das was mich immer aufregt, ja, zu Recht, so, welches Gebäude brennt ab, ah, nur die Weide, dann bauen wir die, die jetzt aber dahin, so, keine Ahnung warum, hat aber genauso viel Bonus, so, der Winter ist gar kein Problem hier, in dem Spielstand, können hier noch den, den Kai dann bauen, erfordert Langhaus, ach, wir haben kein Langhaus, wir haben noch nicht mehr das Langhaus, okay, jetzt müsste der wahrscheinlich da hin, er, wahrscheinlich ist hier auch noch Wasser, oh, abgeschlossen, Expertise wählen, der Jäger zählt Wald, als Bonusfeld, oh, ich weiß gar nicht, habe ich den Wald über, äh, dem Jäger überhaupt wieder aufgebaut, wir gucken kurz, Hochland, Jäger, konnte ich nicht mehr irgendwie sehen, wo ich was gebaut habe, gab es da nicht so eine Ansicht, muss man wirklich, da ist Hochland, da ist Weide, und das ist der Jäger, er zählt Wald, als Bonusfeld, hmm, was ist hier, Weide, Torf haben wir nicht, Holzfeld erzählt, Moor als Bonusfeld, bringt auch nichts, Ernte von Fischer, ist glaube ich besser, ja, dann machen wir das, dann fehlt uns dann nur noch ein Punkt, und dann bauen wir nochmal auf, deswegen habe ich auch so den Vergleich zwischen den zwei Unis, na, immer noch im IT-Bereich, und wo ich jetzt bin, finde ich, dass die Qualität generell umwelt besser ist, ne, dann würde ich sagen, war das erste doch einfach eine Erfahrung, die einem geholfen hat, eine bessere Entscheidung zu treffen, ich kann Privatschulen echt empfehlen, ich habe das Gefühl, dass staatliche Unis und Fachrutschulen immer mehr vom Privaten verdrängt werden, das war aber schon immer so, also die staatlichen Unis waren jetzt noch nie, so hoch angesehen, äh, wie in anderen Ländern, keine Kundschaft da verfügbar, warum, wo ist der andere, da oben, Kosten von Erkundung, finde ich gut, Können noch irgendwo ein Langhaus hinbauen, hier vielleicht, oh, ich denke auch, dass staatlich immer schlechter wird, was schlecht ist, kann ja nicht schlechter werden, oder was schon am schlechtesten ist, zu einer staatlichen würde ich kein Kind mehr schicken, das ist in Amerika ja ähnlich, das war ja schon bei, ähm, aber wie, mit Will Smith hier, nicht, äh, dass die da immer, Angst hatten, davor auf so eine staatliche Schule gehen zu müssen, die Kinder, ich schicke dich auf eine staatliche Schule, nein, ich bin auch wieder lieb, Erkundung noch günstiger, bauen wir hier eine Torfarm, dann haben wir die 30, Winterzoll ist teurer, okay, kann, ist das noch günstig, das nehmen wir mit, Ah, mit Tab, kann man die Geschwindigkeit erhöhen, der Ausbau findet statt, jetzt gibt es auch nicht mehr dieses, negative, eine Effekt Ding, nicht, Ah, okay, dafür sind die Sachen, die kommen, dann dauerhaft, ich fand das vorher irgendwie, schwieriger zu taktieren, Komplit, ich meine, das waren jetzt die zwei schwersten Regionen, die ersten drei erkundigten Felder, sind Sternfelder, die Siedlung ist näher am Wahrzeichen, Erkundung einzigartiger Felder, kostet keine Herzen, okay, minus drei Kosten von Konstruktion, gerade im Nachhinein, wenn ich selbst Dinge beigebracht habe, oder auch sieht, was von der Schule tatsächlich brauchbar war, dann merkt man erst, wie schlecht die Schulen sind, ja, aber das muss man sagen, also es war schon immer so, dass man eigentlich in der Uni, sich alles selber beibringen musste, da hast du nichts beigebracht bekommen, also kenne ich nur so, das war, deswegen war eine Ausbildung für mich dann, das wesentlich bessere, ich wollte irgendwas gerade einstellen, was wollte ich einstellen, die Heizung, es ist sehr kalt geworden, selbst hier drin, weil ich auch die Heizung ausgestellt habe, zu Recht, es ist erst 18 Uhr, es ist sogar noch ein bisschen hell draußen, und das Zeug ist auch veraltet, wenn ich beispielsweise noch was von IPX in Heften steht, gute Nacht, auf der Schule, wo ich war, war Oracle Datenbank furchtbar beliebt, ja, das hast du aber überall, nicht, dass Oracle Datenbanken so beliebt sind, das ist echt ein Problem, vor allem, die Leute, holen sich freiwillig teure Lizenzen, dafür, obwohl es nicht sein muss, verstehe ich immer nicht, okay, wen nehmen wir denn, maximales Leben um 10 erhöht, den können wir nicht, die ersten drei erkundeten Felder sind Sternfelder, die Siedlung ist näher am Wahrzeichen, Erkundung einzigartiger Felder kostet nix, nehmen wir einfach das, und, was ist nach Entdeckung des Weihens, plus ein Kundschafter generell, brauchen wir nicht, plus ein Bauarbeiter, brauchen wir nicht, das hier, nehmen wir die Wiese, oder plus maximales Leben, das ist beides nicht schlecht, mehr soll sogar ein Problem sein, dann machen wir das mehr, Bei uns ist Postgres, aber Postgres, ist das nicht for free gewesen, also zumindest damals, war das ja immer, gratis, also lernt man etwas ausführlich, wovon die Unternehmen weg wollen, ja, naja, aber meistens haben die Unternehmen, das halt als Bestand, weswegen, es schwierig ist, davon wegzukommen, nech? Zum Konzepte lernen, doch okay, yo, definitiv, es ist halt nur dumm, Konzepte von einer, Datenbank zu lernen, die halt, Geld kostet, und so vielleicht gar nicht, im großen, Anwendung findet, okay, wir wissen, wir müssen da hin, wir brauchen ja noch nix, das kostet ja nicht mal was, die Erkundung, Expertise wählen, ich gehe mal auf den Fischer, ich habe da so eine Idee, dass der Fischer hier in dem Level ganz gut sein könnte, ein maximales Herz, so, aufdecken, weiter, ich baue hier eine Hütte hin, weil wir es können, Ich hatte zum Glück in dem Fachgebiet einen guten Lehrer, ich bin sowieso der Ansicht, dass die Lehrer von der Schule mal mehr in Unternehmen gearbeitet haben sollen, das ist halt in der, bei der Ausbildung, an der, ich weiß gar nicht, was macht denn eine Ausbildung, also die Schule, die ausbildet, da sind die Ausbilder, du brauchst einen Lehrer, der wirklich eine Lehrkraft ist, egal wo sie herkommt, dann brauchst du immer einen, der in einem Unternehmen arbeitet, und einen, der das theoretisch beherrscht, zumindest in der Endprüfung, aber die sind meistens auch deine Lehrer über die Zeit, und das ist eigentlich gar nicht schlecht, wir nehmen das, weil es kostenlos ist, ja ist doch super, wenn wir die Option haben, haben wir schon eine gute Grundlage, als Option für eine Software, richtig, okay, wir haben schon viel zu viel, Zeug quasi, achso, die Felder kosten immer nix, ah, stimmt, okay, das ist ja echt, von denen gibt es so viele, ich weiß noch nicht, wo sich die Torfarm lohnt, plus eins Kosten von Konstruktionen, nein, süß, ich baue mal hier noch ein, hier die Weide hinzumachen, wäre doof, Erkundung kostet mehr, jetzt hatten wir ein bisschen, Kosten von Konstruktionen, jetzt hat er uns dreimal, was negatives reingepackt, das ist doch echt verrückt, okay, hier können wir jetzt die Torfarm hinbauen, und der Fischer ist da sogar mit am besten, glaube ich, aktuell, dann brauchen wir den hier, den Schissbauer, 22 brauchen wir da, oh ja, perfekt, wir müssen ja nur 10 ausgeben, schade, bei uns sind alle, bei uns sind nahezu alle Dozenten aus der Wirtschaft, die machen das nur so nebenbei, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, also finde ich, weil die wissen wirklich, was gebraucht wird, was fehlt dem, erfordert Holzfäller, ah, scheiße, okay, deswegen ist das so schwer, weil wir keinen Holzfäller kriegen werden, Orakel ist auch nicht schlecht, gerade besser als Postgres, aber, ja, sogar schlechter, würde ich sagen, Orakel ist auch nicht gerade besser als Postgres, ja, und wer bezahlt für etwas, was schlechter ist, Unis, weil sie, ja, gut beeinflusst wurden, so, Erkundung wieder eins, ist günstiger, ist auch ein ständiges hin und her, und da kostet das wieder nix, maximales Leben, Saga-Effekt, sehr gut, okay, das ist insofern schwer, dass man, wahrscheinlich nicht schnell genug, hier viel kriegt, ich könnte hier natürlich gucken, ob noch ein Jäger sich lohnt, dann bauen wir hier einfach den Jäger hin, da ein Holzfäller, wir brauchen den Holzfäller, um den Schiffsbauer reinzuklatschen, Winterzoll sinkt, jetzt kommen wir da ein bisschen höher, sehr gut, da ist sogar noch ein Holz drin, Kosten von Erkundung, Ausbau ist auch noch abgeschlossen, dann wählen wir noch eine Expertise, wir könnten Fischer, zählt jedes Bonusfeld zweimal, Fischer kann dann zweimal gebaut werden, und deswegen gehe ich auf den Fischer, ja man kann sich nicht beklagen, ich bin ja auf Vollzeit Angestelltennehmer, man merkt schon, dass die Dozenten sehr genau wissen, welche Probleme wir haben, das ist doch sehr gut, die wissen dann eher, was von der Theorie, als später tatsächlich gebraucht wird, gerade in der Schulzeit, hat man nämlich stark gemerkt, dass wenn jemand einfach immer schon Lehrer war, oder nebenbei gearbeitet hatte, ja, das merkst du wirklich, eigentlich brauchten wir bessere Speichermöglichkeiten, ich baue einfach hier noch eine Hütte hin, nochmal Holz, vielleicht macht der Jäger hier mehr Sinn, wenn hier noch zwei Berge sind, wir nehmen so viel ein, dass wir selbst das Lager sofort, überfüllen, was können wir hier noch hüten, was können wir hier noch hüten, auf jeden Fall mehr Wasser, können wir noch irgendwas bauen, hier noch ein Goti, dann schon wieder voll, noch kein Wasser mehr, das Wichtigste ist, das Wichtigste ist, dass man immer dazulernt, ich bin auch der Meinung, dass man im Bereich IT gar nicht wirklich gut werden kann, wenn man sich privat damit nicht beschäftigt, ist auch so, also Lehrer, die in der Schule, nur in der Schule, IT gemacht haben, und privat halt nix, die rennen den Schülern halt auch super hinterher, aber das war ja schon immer so, hier könnten wir die Weide hinbauen, vielleicht lohnt sich das, dann kriegen wir da noch die 25, Pünktchen denke ich ja, genau, und dann könnten wir hier noch eine Hütte bauen, hoffentlich wird die fertig vor dem Dings, Expertise wählen, zweiter Fischer, dritter Fischer, oder Jäger, oder, was hatten wir noch was gutes, Torffarm, ich meine, wir haben wenig Wasser, nicht, eine zweite Torffarm wäre gerade viel, viel besser, ich mache so, dann können wir uns hier hinten vielleicht den zweiten Fischer leisten, maximales Leben ist erhöht, also kurz gesagt, den dauerhaften Lehrer war eher nur Benotung von Bedeutung, und dass die zustande kommen, und das andere, und den anderen, dass man was lernt, richtig, das ist wirklich so, manche Lehrer, manche Lehrer wollten auch einfach nur ihre Quota füllen, sie müssen diese, diese Prüfung machen, wir hatten, äh, ein Englischlehrer, da bist du hingekommen, erster Tag, Vokabeltest, äh, und diese Woche schreiben wir noch die erste Klausur, äh, welches Thema denn, wir schreiben einfach irgendwas, dann haben wir die schon mal fertig, dann hat sie die Klausur geschrieben, Ach ja, und nächste Woche ist die nächste Klausur, hä, da denkst du auch so, was, ja, dann schreiben wir noch eine dritte, dann können wir entscheiden, welche besser war, äh, was, nein, nicht ständig, hört doch mal auf, oh, die brennt ab, und die bauen wir wieder auf, Druck aus der ganzen Angelegenheit wird genommen, wenn man nicht in der Wirtschaft ist, sondern Lehrer, ja, ja, ich kann mir kein Haus hinbauen, doch, ich wollte schon sagen, dann bauen wir nämlich ein Haus, oh ja, ist immer toll gewesen, wenn man jede Woche einen Test hatte, am besten waren die unangekündigt, ja, ja, sehr schön, Erkundung wieder günstiger, ist gar nicht so relevant, die Frage ist, wenn da Wasser ist, ist hier Wasser, wir brauchen hier nur vier, das heißt, wenn ich hier den Fischer hinbaue, haben wir so oder so gewonnen, aber ich will den schon ein bisschen besser setzen, wir haben hier jetzt ein bisschen Vorrat, Winterzoll sinkt, oder so weiter, oh oh, achso, wir kriegen noch eine Ernte rein, Da habe ich gerade selber Schock bekommen, ich dachte, die war schon. Ach ja, ich bin froh, dass die Schulzeit lange hinter mir liegt. Andererseits ist Arbeiten nicht viel geiler. Aber man hat wegen Sinn was davon. Dann kommt der jetzt hierhin, der Zweite. Dann haben wir es geschafft und gut ist. Können wir noch was erkunden. Hier noch eine Hütte. Ausbau abgeschlossen, completed. Ja, ich finde das 2.0 Update jetzt nicht wirklich so gut. Ruhm, Saga-Multiplikator. Okay, welchen klar nehmen wir jetzt? Hütten auf Sternengewehren plus 10 maximales Leben. Startbonus 10 maximales Leben. Nehmen wir die. Und dann hier die Wiese. Nicht genug, achso, nicht genug Kerzen. Ja, ja, okay. Wie viele vergleichen gerne Arbeit und Schule und meinen, mit der Arbeit muss man einfach auch durch und so weiter. Aber der Vergleich in sich ist schlecht. An einer Schule ist man wesentlich stärker gebunden als an einen Arbeitgeber. Richtig. Du hast gar keine freie Möglichkeit, außer durch einen Umzug an eine andere Schule zu kommen. Oder durch wirklich gravierende Vorfälle. Das ist schon ein bisschen schade. Vor allem wird einem an Schulen auch weniger geglaubt. Auf Arbeit hast du Wingschen, äh, ja, sag ich mal, Ansprechpartner, die entsprechend geschult sein müssen, um Fälle aufzunehmen und Schlichtungen herbeizuführen. In der Schule, sei jetzt endlich ruhig. Du kriegst immer Nackenschein. Sei du jetzt ruhig. Aber ich mach gar nichts. Warum? Also einfach ungerechtfertige Behandlung in Schulen von Schülern nicht. Oh, das ist ganz schlimm. Und das war nie geil. So. Erstes Jahr ist immer noch gut. Und wenn die Arbeit wirklich dämlich ist, kann man einfach wechseln. Genau. Sei es nur die Abteilung oder so. Wenn man menschlich nicht zurechtkommt mit jemandem, richtig, dann sagt man, das geht nicht. Und wenn man gut genug ist, kommt man einfach in eine andere Abteilung und fertig. Ich weiß noch nicht, welche Expertise hier sinnvoll wäre. Deswegen lassen wir die mal noch aus. Maximales Leben. Sehr gut. Wir brauchen hier nur die letzte Ernte dafür. Kosten von Erkundung sind aber teurer. Na, klasse. Ja, dann kommt die Wiese dahin. Dann warten wir den Winter ab. Dann warten wir den ersten Dings ab und dann bauen wir die. Dann interessieren mich die beiden Felder am ehesten, dass wir da den Bonus hochkriegen. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum sich Lehrer es erlauben können, so schlecht zu sein, als auch die Schulen selber. Bei Schulen ist man Lehrer durchgehend ausgesetzt. Genau. Wenn der nervig ist oder man mit dem nicht klarkommt, genau. Dann hat man ein Problem. Und es gibt halt auch keine Möglichkeit, dann heißt es immer, ja, dann musst du mit dem Direx reden, oder sowas. Ja, super. Der wird natürlich den Lehrer schützen, wenn irgendwas ist. Also, und wenn nicht, dann musst du an die staatliche Behörde gehen. Und die wird natürlich auch erstmal den Teufel tun, der Schule die Schuld zu geben. Und, naja. Vielleicht wäre die sogar, ah, hier besser gewesen, wollte ich gerade sagen. Aber hier ist jetzt ein Torfeld. Wäre hier kein Torfeld, wäre hier cooler gewesen. Aber wir gehen auf jeden Fall auf die Wiesen nicht. Ja. Stagal. Alles schon so teuer zum Erkunden hier. Wenn hier noch ein Holz ist, dann bauen wir hier den Holzfäller erstmal hin. Und wenn man gegen einen was gesagt hat, hat man gleich drei, vier andere Lehrer als Feinde. Ja. Beziehungsweise man wusste, dass das so kommen würde. Und hat gar nicht erst irgendwas gemacht. Deswegen bin ich auch der Ansicht, dass Private schon besser sind. Weil denen dann früher oder später das Geld entzogen werden kann. Richtig. Also es gibt einfach mehr... Angst davor, auch nach außen hin in den Medien aufzufallen. Das hast du bei einer staatlichen Schule halt nicht. Ich habe schon wieder vor dem Winter Dings angestoßen, nicht? Das war nicht gut. Ähm... Jetzt ist so die Frage... Erstmal erkunden lassen. Ah, mit den Torfeldern. Ich weiß nicht. Hier wäre vielleicht gar nicht schlecht ein Haus, aber da muss was daneben kommen. Wir machen Torfarm hier hin. Da kann ich leider kein Haus hinsetzen. Das ist schade. Weil hier kann ich doch ein Haus hinsetzen. Dann bauen wir hier ein Haus hin. Damit wir mehr speichern können. Hütte gebaut. 41. Sollte doch reichen. Perfekt. Dauer von Konstruktion verringert. Klingt auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt hier einen runtergehe, sind wir bei 29. Passt auch noch. Expertise wählen wir auch noch. Weide zieht Hochland als Bonusfeld. Ja, das hilft der Weide hier wenig. Weil wir hier sehr wenig Hochland haben. Okay, den Winter überstehen. Wir müssen auch noch eine Gegend finden für die zweite Farm dann. Vielleicht ist hier auch ganz gut zu gucken, ob da Torf drin ist. Der sagt mir, hier ist irgendwas Positives. Denke ich mal. Okay. Und dann bauen wir hier den Jäger rein. Jawohl. Wichtig gewesen. Wenn hier noch zwei Wiesen wäre, wäre das super. Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Weil ich schon wieder erkundet habe. Ah, Mann. Shit. Ein scheiß Gletscher. Okay, da haben wir alles. Wir brauchen irgendwo eine Hütte. Vielleicht hier noch. Und vielleicht hier noch eine Hütte. Ja. Es gibt sehr wenig Fisch hier. Ja. Es gibt sehr wenig Fisch hier. Holz oder ein Torfeld wäre halt cool. Und hier noch ein Torfeld. Oder hier ein... Ah, okay. Und jetzt hier noch ein Torfeld. Dann könnte ich die da hinbringen. Das wäre cool. Ja. Können wir die schon mal abreißen. Und dann können wir hier sagen... Und noch eine Hütte bauen. Erkundungen sind wieder günstiger. Ständiges hin und her. 54 haben wir dann. Erkundungen sind noch mehr günstiger. Oh, ja. Okay. Der Fischer zieht von hier nach da. Obwohl es noch keinen Vorteil hätte. Stimmt. Ah, Mann. Komm, gib mir Wasser. Oh, kein Wasser. Okay, Speicher haben wir aber genug. Wir müssen jetzt die Herzen hochbringen. Alles hat mir wirklich vorher was knobeliger. Winter zerreduziert. Kriegen noch 40. Okay. Wir können ihn schon mal abreißen. Weil egal, so oder so. Ich setze ihn mal einfach hier hin. Ich gehe mal davon aus, dass da ein Hügel wird. Und dann wird Wasser sein. Nein, okay. Sehr gut. Wir warten mal nochmal ab. Zu Knobelig fällt mir nur Knoblauch ein. Sehr gute Idee. Gegen Vampire. Zu Halloween auf jeden Fall zu empfehlen. Du bist Knoblauch. Du isst es nicht nur. Wir sind alle Knoblauch. Und hier kostet 20. Sollte doch passen, aber... 35. Ja, 55. Und wenn hier noch Wasser drin ist... Nee, schade. Okay, wir können hier auch noch ein Hilfsgebäude hinsetzen. Würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Hier ist schon eine Hütte drauf. Okay. Was? Ach, weil ich gebaut habe. Oh, nee. Ja. Es war so leicht, dass ich nicht mehr auf irgendwas geachtet habe. Pff. Ha, ha, ha. Oh, da habe ich mich gerade selbst einfach nur... Ach. Nicht mehr darauf geachtet, so. Oh, Baum war, Baum war, Baum war. Ah, nee. Nee, also... Also, irgendwie... Tägliche Prüfungen kann man erst nach einer Saga machen. Jetzt muss man... Ja, gut. Nee, das Update ist nicht so meins. Muss ich gestehen. Also, da war das Update von... Davor irgendwie besser. Aber das hat alles... Verändert. Das ist wie ein anderes Spiel. Ich fand's vorher schöner. Das war jetzt... Nicht mehr so motivierend. Also, vorher habe ich wirklich ja gesessen und so... Oh, hm. Und wie mache ich's? Und jetzt hier und... Und jetzt ist es irgendwie so... Ständig einen Tiefen, hoch, einen Runtern, hoch, einen Runter. Weniger mit Planung. Sondern eher über Zufall. Und dann brauche ich auch nicht spielen. Das ist dann irgendwie so... Ja, habe ich eine gute Runde? Gewinne ich? Habe ich eine schlechte Runde? Verliere ich. So... Cool. Nee. Knoblauchsoße mit Kartoffeln. Klingt ja sehr nahrhaft. Aber lasst es euch schmecken. Ähm... Terrascape, würde ich sagen. Als nächstes. Als Halloween-Update. Terrascape. Ähm... Boopsy... Boopsy... Kartoffeln finde ich immer eher ätzend. Echt... Ich liebe Kartoffeln. Ich bin wirklich so ein Kartoffel-Fan. Ey, Terrascape, lass mich raus. Ey, Terrascape, lass mich raus. Mal reingucken. Das Spiel spielen wir immer wieder gerne. Wann kommt heute die Engine? Oder zu Halloween? Sie kommt zu Halloween. Ich sag nur nicht, welches Jahr. Und wir sind fast Level 10. Ist Level 20 kann man kommen. Da spielt man irgendwelche Embleme frei nach und nach. Oder auch Farben von Obstgarten, die man einsteigen kann. Fischerbootfarbe. Okay. Neue Gebäude-Variante. Mhm, mhm. Und... Ich glaub, die Puzzleterras hatten wir alle durch. Bis auf die eine. Die ich einfach nicht kriege. Bei Skyrim bin ich öfter hier. Ach, siehste mal. Das hab ich ja komplett vergessen. Da wurde mich zu wenig erinnert. Ich find Pizza besser. Ja, gut. Pizza... Ja. Aber... Ich sag mal so. Königsberger Klopse mit Kartoffeln. Sind auch gut. Aber genauso gut sind auch Kartoffelpuffer. Oder... Äh... Kartoffelsalat. Aber Pizza und Burger auch. Also... Ist ja alles irgendwo. Lecker. So, das Ding schaff ich hier nicht. Außer ihr helft mir. Wir können einmal versuchen, ob wir das hier schaffen. Zu Halloween würde Skyrim auch gut passen? Ne. Für mich nicht. Fröhliches Halloween. Hahaha. So. Wir müssen hier auf diesen Ding Gold erreichen. 1900 Punkte. Und wir haben 1818 geschafft. Das heißt, ich übersehe irgendetwas. Ich vermute, es ist ein Gebäude, was ich noch nicht entdeckt habe. Ah, jetzt geben sie Hinweise. Ah, das hier. Da. Das war beim letzten Mal noch nicht. Ich habe mich nämlich zu Tode gesucht. Gutes Update. Okay. Dann gucken wir mal, was die Sachen bringen. Was ist das? Was ist denn das? Schnaps Brennerei. Aber habe ich das nicht gemacht? Ich bin alle Kombinationen durchgegangen. Dachte ich beim letzten Stream. Oder die haben die Kombination geändert. Okay. Das erklärt es nämlich. Was haben wir noch? Wir haben Holzfäller. Dann zwei aneinander und Holzfäller. Hier haben wir ein Sägewerk. Und da irgendwas anderes. Das irgendwas anderes. Förster. Nee. Okay. Wir haben noch einen Versuch. Holzfäller. Holzfäller. Ach, wir haben kein Dings mehr. Kein Sägewerk mehr. Okay. Wiederholen. Hm. Ich glaube, die Schnaps Brennerei ist schon das, was uns die 50, 100 Punkte, die uns jetzt fehlten, immer bringen wird. Aber ich will die anderen Gebäude freischalten hier. Oh, das ist echt gut. Man hat sich vorher wirklich so zu Tode gesucht. Okay. Also. Holzfäller. Holzfäller. Sägewerk. Eine Jagdhütte. Nee. Okay. Nochmal. Was könnte da denn noch hin? Ein Hopfenfeld? Macht keinen Sinn. Ein Imker? Obstgarten macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Dafür gibt es das andere. Imker auch nicht. Was soll denn da noch hin? Wahrscheinlich etwas, was wir nicht hier haben. Vielleicht am Wasser. Könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein Schiff oder sowas hin muss. Aber die hätten wir in dem Level ja nicht zur Verfügung. Was ist hier? Was ist hier? Hier haben wir auch noch was. Und zwar... Hier. So, glaube ich. Ja. Holz. Holz. Jagdhütte. Und was kommt in den fünf Dingern hin? Hopfenfelder? Nee. Okay, dann probieren wir es hier nochmal. Holz. Holz. Jagdhütte. Obstfelder? Nee. Okay. Fünf Imker? Macht auch keinen Sinn, oder? Holzfäller. Holzfäller. Dings. Wir haben halt nur von den beiden so viel, nicht? Oder da muss irgendwie... Hopfen, Hopfen, bla bla hin. Das kann natürlich sein. Oder Förster halt. Das macht nicht... Weil wir Förster auch schon was haben. Aber das ist echt mies. Okay, aber dann geht es wahrscheinlich... Hier nur um die Schnapsbrennerei. Das ist ja keine Mehrspieler-Partie. Okay. Okay. Ähm... Wir fangen wieder... An... Mit was? Eigentlich mit denen hier müssen wir wieder anfangen. So, dann haben wir die ersten 180 Punkte. Dann die Schnapsbrennerei. Dann würde ich erst sagen, aber erst die Hopfenfelder. Ja, ja, ja. Okay, ich verstehe. Dass wir da eventuell tricksen können. So, wo kommt die Schnapsbrennerei jetzt hin? Wenn ich jetzt hier... Nämlich die... Das Ding setze... Da müsste es hin. Genau. Hat es leider nur 72. Und hier wachsen die Kürbisse. Die Halloween-Kürbisse. Ist ein bisschen riesig, was? Und hier ist der verwunschene dunkle Wald. Okay, Sägewerk würde hier hinkommen. Beim Sägewerk wissen wir ja... Können wir noch das hier zaubern? Oh shit, ich habe mich verbaut. Ich wollte... Ich habe schon wieder Säge... Äh, Holzfäller. Ich wollte Förster bauen. War das so gemein bei dem Spiel. Gab es nicht inzwischen eine Zurück-Taste? Ich weiß es gar nicht mehr. Also nochmal. Wieder mit den Hopfenfeldern. So, vielleicht besser. So, die Brauerei. Wir gucken wieder. Das brauche ich echt als Vorlage hier. Genau, dann kriegt die nämlich 105. Und hier kommt Obst. Obst schon mal. So, hier das Sägewerk. Dann haben wir noch... den... den... ...Bauernhof. Nee, wo ist denn das? Den Königlichen Wald. Genau, vier von den Dingern. So. Und da kommt dann der Holzfäller hin. Kommt nicht der Holzfäller hin. Oh Mann, das Sägewerk. Ah. Oh, Holzfäller, Sägewerk. Irgendwann kriege ich es hin. Okay, nochmal. Auf jeden Fall waren die Felder jetzt besser gesetzt. Die Brauerei bringt 105. Die können wir da schon mal hinsetzen. Oh. Dann haben wir gesagt, wir brauchen... Obstfeld, Obstfeld. Können wir setzen. Dahin kommt... ...das Sägewerk. Das heißt, hier wären zwei Holzfäller gut. Deswegen wäre der Königliche Wald da gut. Das Können möchte eigentlich schon ein Game... ...eine Game Engine programmieren. Das ist der Fehler. Äh. Das ist definitiv ein Fehler. So, wo ist jetzt das Sägewerk? Da. Dann gibst du mir hier nämlich die Möglichkeit, hier die zweite Brauerei hinzusetzen. Macht das Sinn, eine zweite Ding zu machen? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist sogar jetzt die Sache, wenn ich... ...mhm, mhm, 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 mhm. Könnte ich die Brauerei hinsetzen? Hier, 75. Okay, das habe ich mir ein bisschen verbaut. Ähm, nehmen wir die 40 hier mit. Die kriegen ja auch Obst, Obst, nicht? Obst, Obst. Jetzt ist die Frage... Da das Ding... Ich will nämlich ein... Ah, den kriege ich nur hier hin, nicht? Na, ihr wisst nicht, was ich machen will, aber... Ich weiß es und das ist umso schlimmer. Ein 30er, sehr gut. Ein 15er ist okay. Hier kommt jetzt das Sägewerk hin, das bringt gar nichts am Punkten. Außer, dass das 50 bringt. Der bringt jetzt aber auch nicht so viel mehr, wie ich erhofft hatte. So, jetzt das Kloster. 259. 203 und dann haben wir es. Okay, es war wirklich nur die... Die beiden Schnapsbrennereien, die gefehlt haben. Wenn man das Spiel nicht kennt, kann man überhaupt nicht mitdenken. Ja, das ist das Problem, wenn du nie da bist. Ich habe das Spiel von Level 0 bis hierhin schon zweimal durchgespielt sogar im Stream. Da musst du dir die Let's Plays angucken. Das ist halt ein Puzzle-Knobelspiel. Wundert mich eigentlich, das musst du doch schon längst gesehen haben. Habt das hier auch noch nicht gesehen? Wie könnt ihr das alle nicht gesehen haben? Das spricht nicht für euch. Das ist ein wunderschönes Puzzle-Game. Wir haben hier alles auf Gold durchgespielt. Die ganzen Level. Und das zweimal im Stream. Weil durch ein Update wurde alles zurückgesetzt. Mann, 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 Mann. Ich bin enttäuscht von euch ein bisschen. Mein Herz blutet und weint. Aber jetzt haben wir alles auf Gold wieder zurückerobert. Auch das neue, fiese Level. Bis du äußer bist. So sieht es aus. Jetzt muss jeder Schritt kommentiert werden. Kann ich machen. Dann spreche ich eben für mich selbst. Mach doch. Wir können ja mal... Achso, das waren die Puzzledinger. Königreich-Modus ist egal. Da kann man so frei bauen. Aber wir haben hier noch ein Szenario offen. Und was musste ich für das Freispiel machen? Wir müssen Trickiges... Wir müssen Trickiges... Selige Senke und Trickiges Tal 3 von 5 Aufgaben freispielen. Gold ist okay. Dann machen wir das. Trickiges Tal. An eine Game Engine hingegen kann ich mich noch erinnern. Du erinnerst dich nur an das, an was du dich erinnern willst. Das ist auch ganz klar. Also, eigentlich ist es ganz simpel. Das Spiel ist ein Hex-Spiel. Man hat Hex-Felder mit verschiedenen Ressourcen, die zufällig aufgebaut werden. Und man muss die Ressourcen so optimal nutzen, um die geforderte Punktzahl von in dem Fall 7000 zu erreichen. In dem Fall, jetzt, habe ich das schon geschafft. Und muss diese Aufgaben erfüllen. Und zwar alle drei. Wir müssen mit einem einzigen Köhler 100 Punkte machen. Wir müssen mit einem Infrastruktur-Deck 2500 machen. Aber mit egal wie vielen. Und mit einem Gebäude, einem einzigen Gebäude mit 300 machen. Das kriegen wir nur hin mit dem Kloster. Oder vielleicht noch dem Lager. Man hat halt, startet so mit dem Burgfried und baut dann seine Siedlung auf. Und man zieht Karten und kann verschiedene Karten in irgendeiner Weise benutzen. Jetzt, wir brauchen das Holz diesmal. Und wir brauchen das hier unten. Deswegen können wir eigentlich nur hier oben hingehen. Und die Rehe sind zu Wildschweinen geworden. Eigentlich kann ich nur wirklich hier oben hingehen mit dem Burgfried. Das machen wir auch. Und am Anfang hat man halt wirklich eine kleine Siedlung. Und dann geht es immer weiter höher. Zum Beispiel jetzt. Zack. Mit dem ersten Deck, was man dann freigeschaltet kriegt. Bei den Aufgaben ist mein Kopf im Weg. Ja. Das Problem ist, mein Kopf ist immer irgendwo im Weg. Glaube ich. Von daher. Das ist halt. Wenn moderne Spiele nicht einen Streamerplatz vorsehen, dann ist das oft ein Problem. Und die Aufgaben sind jetzt auch nicht so spannend. Deswegen habe ich es ja auch vorgelesen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Fischfang an. Zack. Und dann baut sich nämlich der Burgfried auch auf. Und dann muss man halt ein bisschen knobeln, gucken. Zum Beispiel macht es Sinn, jetzt hier den Fischer hinzusetzen? Dann kriege ich 39 Punkte. Hier 27 und 31. Wenn ich ihn hier setze, kann ich aber da und da keinen Fischer mehr setzen. So. Wenn ich hier aber drei Fischer setze, kriege ich mehr Punkte, als wenn ich den da, da, hier und da vielleicht hinsetze. Also. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Macht das Sinn? So. Und der bringt hier natürlich 43. Also ist der natürlich zu bevorzugen. So. Das heißt, der kommt da hin. Und dann haben wir schon das erste Level geschafft. Und können uns ein zweites Deck aussuchen. Zum Beispiel die Forstwirtschaft. Zack. Und dann baut sich unsere Burg weiter aus. Und dann kann man immer zwischen verschiedenen Sets, die zufällig sind, wählen. Ich bleib erstmal beim Fisch fangen. Und baue weiter ein paar Fischer hier hin. Und hier die Zahl hier unten gibt an, wie viele man ziehen darf. Hier kommen eigentlich auch gleich noch irgendwelche Sachen hin. Ich frage mich, wo die sind. Ähm. Weil man die einzelnen Kartendecks auch noch hochlevelt, um verschiedene Sachen... Ja. Irgendwie ist das UI ausgeblendet. Interessant. So. Zum Beispiel haben wir jetzt nämlich schon die Reusen bekommen. Und mit den Reusen können wir dann so in die Zwischenräume gehen und wieder Punkte kriegen. Und Gold ist natürlich das Beste, was man erreichen kann. Dann kriegt man am meisten Punkte. Und jetzt hier oben. Jetzt Levels. Da wird's angezeigt. Genau. Ist das nicht Glückssache, ob man das Level schafft? Mh. Nö. Zieht man Unbrauch Dinge, so hat man keine Chance. Ja, dann zieh doch nicht die unbrauchbaren Dinge. Ich meine, es macht zum Beispiel keinen Sinn, in dem Level zum Beispiel Nahrung zu ziehen. Weil du gar keinen Platz dafür hast, große Nahrungsfelder anzubauen. Klar, wenn du dann Nahrungsfelder nimmst, dann verlierst du. Hier, anhand der Ressourcen, kannst du ja schon sehen, es macht Sinn auf jeden Fall auf Bergbau zu gehen. Und auch nicht das Stadtdeck zum Beispiel. Eine Stadt kannst du hier auch kaum aufbauen. Das sind dann so die Sachen, wo man natürlich abwägen muss. Aber das ist Erfahrung. Und wenn du dann ein bisschen weißt, was du tust, kannst du eigentlich jedes Level ganz gut hinbekommen. So, dann fangen wir hier an, für den Holzköhler, die Dinger hinzusetzen. Das Gute ist, die Förster helfen einem dabei, der nächste würde hierhin kommen oder dahin, so eine Lücken dann jetzt aufzufüllen. Ich kann natürlich jetzt nicht jede Karte nochmal erklären. Dafür haben wir es zu oft schon gespielt. Aber es gibt halt Holzfäller, die bauen dann Holz ab. Es gibt Förster, die helfen, dass man Holz abbauen kann. Jetzt muss ich gucken, wenn der hier ist und der da, dann könnte der andere da oder da hin. Aber hier wäre richtiger, also können hier die beiden Förster hin. Dann setzen wir den da hin und dann ist das ein 30er sogar. Und das hier ist eigentlich immer die höchste Punktzahl aus einem einzelnen Gebäude hinzubekommen. Der nächste wäre hier, der würde schon dann volle Punkte haben. Das heißt, wir bauen den da und da hin. Am Anfang ist es natürlich, da hat man nicht so eine Auswahl. Aber später kann man ja freier entscheiden, wenn der Burgfreak gelevelt ist, was man für Sachen nimmt. Beziehungsweise am Anfang hat man ja auch die Möglichkeit, wenigstens ein paar Sachen auszuwählen. Und ein paar Sachen klappen besser oder schlechter. Jetzt haben wir zum Beispiel die Jagdhütte bekommen. Und auf der Karte gibt es sehr wenig Wild. Das heißt, die macht eigentlich keinen Sinn. Aber was sollen wir tun? Dann bauen wir die hier hin. Das Problem ist, mit jedem Mal Forstwirtschaft aufdecken, kommt jetzt noch die Möglichkeit, dass eine neue Jagdhütte dazukommt. Und Jagdhütten nebeneinander ziehen sich gegenseitig die Punkte weg. Steht hier auch genau da, was einem dann Punkte gibt und Punkte abzieht. Also da kann man durchaus auch mathematisch rangehen und das ein bisschen optimieren. Die aufbauten, aber so fordernd ist das Spiel denn doch nicht, dass man da Probleme hätte, glaube ich. Man kann auch Dinge abreißen unter bestimmten Umständen. Da muss man dann aber Bedingungen erfüllen. Die wir noch nicht haben derzeit. Kommt, hier 24, auch wenn es scheiße ist. Den 15er. So, der nächste kommt da hin. Dann er da, dann einer da. Und wir können noch zweimal ziehen. Also ich kann auch jetzt zum Beispiel hintereinander Karten ziehen. Wenn ich sage, ich will jetzt noch Fisch haben, dann kann ich auch direkt Fisch hintereinander ziehen. Also schön das Spiel mit Papier und Stift lösen. Ich glaube, das ist auch die Idee so ein bisschen, dass das eher ein Spiel ist, was dann irgendwann als nicht-Online-Version rauskommt. So wie Dorfromantik. Zack, jetzt hat unser Bergfried gelevelt. Und wir nehmen jetzt natürlich den Steinbau, weil wir sehr viel Stein haben. Und die Holzfäller haben wir ja schon gut vorbereitet, um hier einen Hunderter, hoffe ich, hinbekommen zu können. So, das sollte eigentlich ganz gut passen. Wir können hier noch einen Förster hinsetzen. Wo ist einer? Da könnte also noch einer hin. Und immer das Plus zeigt zum Beispiel an, oh, du hast da was Neues freigeschaltet. Und das, was du neu freigeschaltet hast, kriegst du dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und die Gebäude haben auch einen Umkreis. Das heißt, wenn ich jetzt hier den 102er hinsetze, kriege ich wahrscheinlich keinen anderen mehr hin, der eine gute Punktzahl hat. Wenn ich hier aber sage, ich nehme den 71er, dann kriege ich noch einen 87er mit raus. Oder sogar den 102er. Ja, okay. Würde sogar klappen, oder? 71, 73, 72. Dann hätten wir hier so ein Dreieck. Was ein bisschen besser wäre. Ja. Machen wir. Blöd ist natürlich, dass es so wenig Wild gibt. Das ist ganz schön wild. 32, komm, nehmen wir. Oh, Fischfang hat jetzt auch die Fischereien. Und hier habe ich irgendwo beim Fischen das Muster falsch durchbrochen anscheinend. So, Fischereien. Die können an den Strang gebaut werden. Eine 51er. Das Spiel hilft halt auch, hier eine 52er, indem es dir sagt, hey, hier zum Beispiel eine 53. Das ist doch gut. Dafür kriegst du Gold. Man muss es halt nur finden. So. Und jetzt der Steinbau. Jetzt ist die Frage. Hier ist mehr Stein, glaube ich. Was ist denn das hier? Das weiß ich gar nicht. Das ist auch Eisen. Fels-Eisen. Fels-Eisen. Okay, das Eisen kann auch anders aussehen jetzt. Gut zu wissen. Weil ich hätte gesagt, hier ist weniger Eisen. Aber wenn das auch Eisen ist, ist hier mehr Eisen. Und hier unten ist wahrscheinlich dann mehr Stein. Dann fangen wir hier doch mit dem Stein lieber an. Weil wir müssen ja eh... Verdiene mit einem Gebäude 300. Wir haben da erst sehr wenig. 90. So. Jetzt sehen wir auch, wir haben was Neues dazu bekommen. Und zwar den Transportations-Karten-Deck. Den könnte man jetzt hier hinsetzen. Aber den heben wir uns auf. Der bringt später halt mehr. Braucht man eine Internetverbindung für Spielen? Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich, weil du irgendwelche Bestenlisten hast. Aber ich weiß nicht, ob du sagen kannst, ohne Bestenlisten, okay. Kann ich das trotzdem spielen. Ist aber auch etwas, worauf ich nicht wirklich achte, muss ich gestehen. Weil ohne Online-Modus heutzutage ist man ja eh aufgeschmissen. Ah, für unterwegs oder so, nicht? Könnte das Sinn machen. Hm. Wir könnten hier jetzt auch noch ein paar Holzfäller-Zwischenzimmern. Wir müssen sehr schnell mit dem Steinbau vorankommen, damit wir dann am Ende Eisen bekommen. So, und der Burgfried kann schon wieder aufgelevelt werden. Da nehmen wir dann sowas wie... Ja, Getränke ist... Ist nicht ganz so geil. Genau wie Dorf und Stadt nicht. Aber Getränke ist noch das, was am sinnvollsten ist. Das sind nämlich die Obstdinger. Dann können wir die hier hinten kombinieren. An mir ist Steinbau eigentlich gerade wichtiger. Und da haben wir den Steinmetz. Das ist sehr gut. 135 bringt der hier schon. Wenn wir da noch einen Transporter hinsetzen, dann bringt der sogar 145. 125 und 145. Dann setzen wir erst hier in 125er. Fischfang. Dann gehen wir nochmal auf Fischfang. Aber vom Halloween-Update sieht man sehr wenig, nicht? Weil es halt nur ein ganz kleiner Part ist hier. Nehmen wir die 51er hier. Und dann haben wir die Schüsswerft freigeschaltet. Da will ich natürlich auch eine bauen. Geht noch ein Fischer hin. Da noch eine Reuse. Da noch eine Reuse. Ich glaube, die 41er ist die beste. Die 44er. Aber die nimmt den Wald weg. Das will ich eigentlich nicht machen, weil die hier den Vorteil vom Sägewerk hätte. Aber hier nicht mehr. Das ist schade. Können wir uns auch aufheben. Wir rennen ja nicht weg. Wir müssen halt nur Punkte machen. Ich bin nicht mehr gespannt. Kann er nicht mit umgehen. Getränk hat jetzt den Imker bekommen. Sehr gut. Bei dem weiß ich noch nicht wirklich, was ich von halten soll. Der bringt irgendwie relativ wenig Punkte. Aber da haben wir die Hopfen-Dinger. Hopfen ist natürlich besser. Und Hopfen gedeiht sehr gut auf Stein. Am besten natürlich ein Fluss. Hier. Das ist optimal für Hopfen. 70. Ja. Und der Burgfreak kann wieder aufgelevelt werden. Mit der Eisenindustrie oder der Infrastruktur brauchen wir beides. Man kann nur 6 Sets wählen, nicht? Also muss man ein bisschen aufpassen. Und wir müssen ja die Aufgaben erfüllen, die ihr nicht seht. Ich glaube unten links geht es, oder? Da kam jetzt nichts. Wo ist es denn? Game. 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 Sollte auch die richtige Zähne auswählen. OBS war links außerhalb des Bildschirms. Das ist super. So vielleicht geht das? Wow. Was haben wir dann jetzt? Eisenminen. Genau. Und die müssen hier hinten hin. 105er Eisenmine. 65er Eisenmine 85er Eisenmine Eisen direkt gelevelt 45er 45er So und wir brauchen einen Köhler 100 Einbringend, der wäre hier Haben wir Aufgabe erfüllt, sehr gut Wir haben unsere Köhleraufgabe Gemeistert Jetzt müssen wir Infrastruktur Und mit einem Gebäude 300 Punkte Das wird ein bisschen Haarelich Aber das kriegen wir auch hin Wenn ich das Eisen wegnehme, hat das mehr Vorteile als Nachteile So, der Köhler deckt natürlich Ziemlich viel ab Aber da ist ganz gut Imker haben wir noch Ein bisschen Obst Haben wir noch Ah, die Imker Nicht Einträglich Irgendwas wird man mit dem Imker machen können Dass die wirklich was bringen Ich glaube fürs Kloster sind die nachher wichtig Und noch ein Köhler Selbst mit Einbußen Ist der immer noch Auf 50 Das ist echt krass Hier 52 Nehmen wir den Und die Eisen Schmelze Die kriegen wir sicher noch höher Als 95 Da warte ich mal noch ein bisschen Wir haben 6 Sets auch noch zur Verfügung Also auch kein Druck Das wir jetzt ziehen müssen Hier können wir zum Beispiel Mich noch Fett Bonus Rausholen Der hat auch noch 30 Obwohl da schon einer ist Nehmen wir aber hier hin 62 Der Transporter 50 ist auch nicht so schlecht Für den Der gibt nämlich auch noch einen Bonus Das ist die hier schon auf 116 So Noch mehr Köhler Ganz so langsam wird es problematisch mit den Köhlern Aber da haben wir die Schmiede Die ist auch wichtig 85 55 Da gab es nur einen Schmied Den heben wir uns auch noch auf Stein hat wieder 3 Steinbrüche Die kommen wieder hier hinten hin Und der Burgfried ist nochmal aufgestiegen Da nehmen wir jetzt Infrastruktur Und dann das Kloster Und das würde aktuell noch nicht so viel bringen 111 104 Hier unten 181 Ist schon nicht schlecht 200 220 Aber mit dem müssen wir halt 300 schaffen Das heißt hier müssen wir noch ein bisschen mehr mit Getränken machen 231 Und hier mit Fischen anscheinend Okay Dann bauen wir hier hinten ein bisschen mehr mit den Fischern Der 60er Ah ok Die heben wir uns aber auch mal auf Das ist halt das Gute Man kann hier ein bisschen taktieren Man muss halt nicht sofort immer alles einsetzen Wir haben schon zwei Klöster die wir bauen müssen Aber Getränke Wir wollten hier die Hopfenfelder nämlich noch bauen Hier ist eine Brauerei Würde aber auch erst 72 bringen Okay Jetzt hole ich ziemlich viele Karten ohne sie einzusetzen Da muss man aufpassen Dass man sich da nicht selber ausmanövriert am Ende Hier ist alles eigentlich gut abgedeckt Da könnte noch hin Dann kommt da ein Fischer hin Kann da eine Reuse hin Immer noch 60 Da wird An nichts dazu kommen Hier kommt weder Reuse noch Dings hin Das heißt die hier schon maximal Steinbau Baumeistergilde Okay Die braucht eigentlich eine Stadt Die Baumeistergilde Das heißt Auch weniger für uns relevant In dieser Runde Aber vielleicht fürs Kloster Dass die Punkte darauf geben können Wo war jetzt hier der gute Spot 211 211 219 Aber die gibt keinen Bonus Okay Brauerei würde halt einen Bonus geben Lohnt sich noch nicht 2192 2192 Ist halt auch noch nicht so riesig Infrastruktur Steinbau Forstwirtschaft Getränke Das suche ich Das wäre super Wenn wir hier noch ein bisschen mehr Getränke hinbekommen würden Bringt auch ein Imker gar nichts Bringt auch ein Imker gar nichts nicht Diese Imker sind so verloren Das bringt die 96 Ich weiß gar nicht wie viel bringen Die bringen 10 und die nur 3 Das heißt die sind gar nicht so sinnvoll Die sind besser als Ja es sind zwei besser als Dingens Kirchens Ah man Gott Es hat wirklich ein Knobelspiel 155 Ist schon nicht schlecht Aber ich glaube nur mit dem Kloster werden wir Wenn wir es schaffen Viel höher kommt der auch nicht Aber viel mehr kann ich nicht in sein Einzugsgebiet bauen 155 Ich könnte hier noch Köhler und sowas hinsetzen Aber dann kommen wir doch auf 170 oder so Transportdinger hätte ich setzen können Ach Da ich jetzt hier das Eisen nicht mehr brauche Kann ich natürlich hier auch hart die Transportdinger Aufs Eisen flanschen Und wir haben noch eine Werft Ich glaube mehr als 41 Ich nehme eh keine Dinger mehr So dann haben wir noch 6 mal zum ziehen Auf jeden Fall Das Mit Getränke gefällt mir dann am besten Ich glaube wenn wir die Brauerei hier einplanen Und drumherum Dann den Rest bauen Kommen wir glaube ich ganz gut weg Gibt ein Imker Gibt 6 als Bonus Und die Dinger gar nichts Fürs Kloster geben die 5 und ein Imker gibt 10 Das heißt das ist fürs Kloster besser Steinbau Eisen Infrastruktur Ich meine wir können hier schon mal ein anderes Kloster setzen Ich meine hier oben ist ein Kloster auch nicht so unsinnig wie es vorkommen mag Aber Eher weil hier viel Natur ist 139 bis jetzt am besten Dann setzen wir das eine Kloster dahin Sonst haben wir am Ende so viel Klöster Und hier kommen die ganzen Bäume einfach weg Getränke Hopfen kommen schön hier mehr hin Getränke Getränke Na das geht doch Da ist schon Imker 16 Okay Also Gold hätten wir Aber wir brauchen ja die Aufgaben Deswegen spiele ich jetzt noch weiter Die Brauerei jetzt schon 172 Mehr als das Kloster 252 255 Ja ich sehe was wir brauchen Arr Okay Machen wir Fischfang Hier noch so eine 51er hin oder so Ich nehme hier noch irgendwo ein Boot unter Hier nicht Und hier noch eine Reuse Markus Reuse kriegen wir hier noch unter Dann bleibst du aber bei einer 51er 50er Ich meine hier vielleicht Uh 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 Gar nicht schlecht wegen dem Weinbergen Hier noch ein Weinberg Ja Und hier machen wir eher Hopfen Wo mache ich eigentlich 32 ist doch super Noch mehr Getränke Noch mehr Getränke Noch mehr Hopfen Noch mehr Imker Noch mehr Brauereien Die ist schon auf 202 Steinbaum Müssen wir ein paar Punkte hier machen 85 ist gut 75 ist gut Hier irgendwo noch ein Transport Zwischen Ein 40er Das klingt gut Getränke 222 222 Kriegen wir glaube ich noch einen hin Aber ob das noch eine Auswirkung hat Aufs Kloster Weiß ich nicht mehr Ich frage jetzt mal Machen wir den so Ich glaube ja Hat er sich blöd gebaut Ah schade Zwei Hopfen noch Drei Hopfen noch Dann ist der auf ein Maximum Okay dann können wir nur oben auf Eisen gehen 85er Eisen Geben wir ja gut Punkte durchaus Wenn man hier so eine Ecke erwischt 95 Geben wir jetzt 105 Sehr gut Dann kommen wir nämlich noch auf ein Kartendeck Noch ein Köhler hier Wenn 60 für ein Köhler ist schon nicht schlecht Nehm ich Wir haben auch noch drei Imker Kommt da noch ein 20er hin Ein 16er Ein 17er Getränke noch mal Kommt halt jetzt nicht mehr so die Sachen die man braucht Nicht Das ist echt gemein Früher kommt man hier neue Rollen Aber ich glaube das funktioniert nicht mehr Dann Eisen Wir haben hier nochmal irgendwie so ein 100er Wahrscheinlich aber eher nicht 65 75 30er 30er Köhler Ja komm So und jetzt ist hier eher die Sache Die ist fertig oder? Einmal Getränke wäre noch cool für da unten Dann kriegt die das Maximum 141 Die braucht nur da oben Dass eine Hopfen fällt 272 Mehr kriege ich aus ihr fast nicht raus 282 Würde ich noch hinkriegen Was wärs dann aber Wow Setzen wir erstmal 1000 Erfahrungspunkte Neue Bannerverzierung Jetzt sitze ich wieder im Weg Nicht Ich wusste doch Irgendwas kommt da Da hatte ich schon eine Brauerei Ähm 75 87 85 Klingt doch auch nicht so verkehrt 105 102 111 Wollten wir das Kloster hinsetzen Ich glaube wenn ich jetzt noch die Brauerei mache Haben wir das Kloster Fertig an der Stelle Mit auf 300 238 285 285 nur Vielleicht noch eine Fischerei Aber die brachte dem Kloster nix nicht Haben wir noch irgendwo Wasser Wir haben nur da Wasser nicht Shit Ne hier haben wir noch Wasser Zwei Reusen und ein Fischerboot Getränke noch So Was bringt uns denn noch was Egal ob uns das jetzt Minuspunkte bringt Wir haben eh Gold Das ist egal Es geht nur darum Dieses Gebäude mit 300 zu kriegen Wir haben 3 4 Felder hier übrig Die 5 bringen Der Imker Würde nochmal 10 bringen Und eine Brauerei würde 15 bringen Das heißt 15 würde ich nochmal kriegen Ja das würde reichen Das heißt hier irgendwo ein Imker noch rein Und hier irgendwo eine Brauerei Und hier irgendwo eine Brauerei Wir müssen das Kloster 300 bringen Jawoll Schalte das Terra Kloster real frei Perfekt Und 2500 mit Infrastruktur wird jetzt schwierig Weil wir quasi schon alles zugebaut haben Und uns da nicht drauf konzentriert haben Aber jetzt gibt es den Kornspeicher Der bringt natürlich nichts in dem Level Weil man eigentlich nichts zum Speichern hat Vielleicht halt hier Und das Lagerhaus bringt halt Glaub ich hier hinten was Nicht Ja 140 140 Bops Und jetzt kommen die Sachen Die man bräuchte Wenn man das Stadtdeck hat Eine Schatzkammer und sowas Aber da man keine Stadt hat Das heißt man müsste Beim nächsten Mal in dem Level Auf Stadt gehen Ach da ist ein Kloster Deswegen gibt es da so fette Minus Ah ja Ich erinnere mich So Wir können das aber speichern Ja Und ins Hauptmenü Das heißt das haben wir geschafft Da hätte ich sogar noch 6 Kartenstacks zum ziehen Ich glaube damit habe ich aber auch alles Jetzt freigespielt in dem Spiel Königreich ist eh nur freier Modus Puzzle haben wir Szenarien Den kolossalen Krater haben wir freigespielt Hier kann man noch ein Seed machen Dann müssen wir uns mal den kolossialen Krater angucken Und ich brauche dann was zu trinken Und dann ist 19.39 Aber wie viel E-Mate-City Skylines Raushaut Das ist auch unglaublich Erfahre was über den neuen Moddings Also irgendwie Ein bisschen zu viel So Die Karte Die sehen halt dann immer gleich aus Nicht in einer Kategorie Also in der Mitte Wasser Am Rand Berge Ich finde das Ah da sind die Hexen Haha Die haben ein Loch im Magen Die Hexen Bug Day Ist ja richtig Walpurgisnacht an diesem Hügel Vier Hexen auf einen Haufen Da will ich keine Stadt runter bauen Was haben das eigentlich für Fische Sehr viele Fische Sind die bei Hüte auf den Bergen Das hört mir jetzt erst auf So viele Hexen fliegen rum Sind die eben schon rumgeflogen Ich habe die nicht wahrgenommen Okay Am Anfang Ist natürlich Dorf Oder Stadt Sehr dankbar Wenn man das baut Weil wenn man so eine Viererstadt baut Dann kriegt man nämlich eine Abrissbirne Das heißt man kann an einer guten Stelle Ein Gebäude immer wieder abreißen Und immer wieder hinsetzen Die Dächer sehen aber auch neu aus Sie haben früher mal anders ausgefühlt Also sehen wir wieder 35 ist gut 30 ist auch okay wenn ich schon hochleveln ne stadt fehlt noch ein bisschen 45er und jetzt können wir hochgehen perfekt würde ich wieder auf frischfang am anfang gehen dorfen gehen wir noch mal wegen marktplatz bringt aber nicht so viel 34 36 nehmen wir den 36er marktplatz noch so und jetzt fischerboote dann kommen die fischreusen dazu hier ist auf jeden fall besser gerade 75er ist nicht schlecht was bringt denn eine fischreuse mehr 567 in der fischreuse bringt weniger als fisch mit wasser war wasser bringt weniger wir würden also nur 23 kriegen aber dafür hier 79 war so kommt der nächste fischer in dahin oder dahin da hier kein fischer hin kann setze ich das einfach mal dann hätten wir auch die werft 52 für die werft ist okay ohne holz fischrein 69 besser wird's nicht dann können wir nämlich unseren dings wieder upgraden und gehen auf steinbau wieder interessant wenn ich die fischreuse im hintergrund anhabe hängt das spiel ja pack äh kolossaler krater mal gucken ob das nach dem laden geht ich finde aber auch immer die bugs nicht wahr hä jetzt ist einfach nicht mehr mit dabei toll deck freischalten dann das stadt deck hä hä aber wir mussten zwei decks freischalten oder was sehr merkwürdig ich glaube hier ist eine ganz gute ecke für für stein und wir haben noch eine fischreuse da kommt der nächste fischer hin kann da die reuse hin sofern ich überhaupt noch mal den fischer nehme jetzt habe ich das stadt deck was ich gar nicht wollte die bringen aber halt einfach super gut punkte noch hier kleine animationen leute die da rumlaufen äh ich finde ich finde schön gemacht noch im garten jetzt schon die taverne 95 wir können ja immer wieder abreißen das ist jetzt der trick 17 zum beispiel jetzt können wir sagen preis mal ab 70 das muss man auf jeden fall auch erstmal verinnerlichen dass es möglich ist und der burgfreak kann noch mal aufgewertet werden und der burgfreak kann nochmal aufgewertet werden getränke nahrung forstwirtschaft getränke so aber der steinbau hat nämlich den steinmetz und jetzt schon 135 hier 140 ok das ui ist irgendwie nicht aktuell so getränke getränke hier am wasser ist glaube ich gar nicht verkehrt machen wir das eine hier hin und das andere da hin und jetzt kommen die imker keiner will euch gut ich könnte ihn jetzt setzen und später abreißen dorf bauen wir unser dorf in die richtung noch mal ein bisschen weiter aus ich mache jetzt doch kein holzding 55 perfekt das macht ein imker in der stadt ne manchmal gibt es halt so sachen die nicht wo man nicht dran denkt und dann natürlich ein imker in der stadt aha könnte natürlich total den bonus bringen oder so wir wissen das bringt 70 70 sind gute punkte kann man also immer wieder wiederholen diesem vorgang hopfen noch ein imker kriegt da und da ist noch ein imker kriegt da getränke hopfen den wollten wir hier anbauen 45 45 imker daneben da wäre wieder ein fischer hier wären fischer da müsste aber eigentlich ein fischer hin wenn der dahin kommt und dahin dann da die räuse 233er sind auf jeden fall besser die räuse bringt ja auch noch mal was so wieder upgrade in diesem eisenindustrie hier so viel eisen das ist unglaublich 55 65 85 noch eine fischerei 81 durch den see dahinter perfekt noch mehr eisenindustrie ist halt nicht so effektiv weil wir diesmal kein mit dem kühler nichts haben weil wir keine holzproduktion haben 55 45 irgendwie hängt das spiel im ui gerade echt hinterher 28 imker getränke die brauerei auf jeden fall schon eine gar nicht so verkehrte ja hier ist auf jeden fall besser dann kommt die dahin das heißt hier eisen ja die köder kommen halt irgendwo hin eisen eisen ja manchmal manchmal gibt einem wirklich nicht das was man irgendwie brauchen könnte das stimmt schon aber da muss man stark bleiben deinen weg finden ja komm ne 90er ist gut mit einem gebäude 500 punkte verdienen boah da muss man echt optimal bauen das krieg ich nicht hin gebäude verschmelzen 40 ah ok dann haben wir durch zufall das richtige set gewählt und zwar die stadt passt nämlich dann dafür sehr gut wir haben noch nicht gold da müssen wir auch aufpassen wir sollen hier mit eisen auch was verdienen das kriegen wir doch hin stein und im zweifel mal getränke oder was anderes ein bisschen was von city skylines nicht die musik so letzter aufbau und dann nehmen wir infrastruktur und dann ist unser burgfried auch fertig und ein richtig großes ding geworden ist natürlich super 193er kloster 2335er kloster gefällt mir besser 20er imker auch nicht schlecht wir können jetzt natürlich das große nochmal abreißen nochmal neu setzen aber kirche ist jetzt verfügbar kirche hier würde wahrscheinlich noch mehr bringen 60 143er kirche sehr gut dorf da können wir echt gut verschmelzen hier ist nämlich noch was offen was bist du denn warum bist du nicht verschmolzen weil ich einen dorfplatz gebaut habe ich wollte nicht den dorfplatz dahin bauen ich wollte das da auswählen 20er dorfplatz ist okay das dorf das dorf hat jetzt eine kapelle hä äh das wollte ich gar nicht bauen ich wollte eigentlich das bauen ich verwähle mich grad die ganze zeit 73er kloster nur war schon ich glaube für ein kloster gar nicht so Kloster? habe ich jetzt das kloster gebaut? egal wir reißen uns gleich wieder ab 75er Lagerhaus ist okay ok so jetzt nochmal auf Dorf so jetzt nochmal auf Dorf mag platz 38 45er 40er 40er 50er 60er Gebäude verschmelzen. Müssen wir noch 10 mal machen. Kriegen wir auch hin. Garten 55er. Der andere war besser mit 60, nicht? Getränke. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was offen. Machen wir auch noch ein bisschen was auf. Gold schaffen wir auf jeden Fall. Obwohl wir haben nur noch zwei Kartendecks. Sollte nicht so groß rumtönen. Ah, perfekt. Die Schmiede. Die 66er Eisenschmelze ist gar nicht verkehrt. Der 110er Schmied ist glaube ich auch gar nicht verkehrt. Eisenindustrie 3000 Punkte. Wir haben 1190. Das wird alles ganz, ganz enge Kisten. Und 30er Dorfplatz. Die Taverne nur 105er. Wir nehmen die 110er und damit ist das gelaufen, würde ich sagen. Einmal können wir noch. Kommen wir auch nicht mehr raus. Nehmen wir nochmal Getränke. Ich habe nicht mal den Hopfen geschafft hier. Und noch ein Imker. Und dann war es das. Tada. Nicht mal Gold geschafft. Okay. Aber wir haben Level 10 geholt. Fast eine Aufgabe erfüllt. Aber damit fehlt eigentlich hier nur noch die eine Goldmedaille. Den Rest haben wir dann soweit durch. Gut, Königreich Modus. Da kann man halt frei soweit spielen wie man möchte. Ach ja, was Neues sind Ranglisten. 166 bin ich. Freunde. Global. Global der Meister. 22.000 Punkte. Das ist vielleicht noch interessant. 32.000 Punkte. Ignacio. Und Quadrant ist auch nicht so schlecht. Da gibt es also noch tausende Tricks. Hier können wir dann auch nicht so Spezialgebäude bauen können. Ich glaube, wenn ich diese Spezialgebäude baue, wie zwei Schnapsbrennereien, und dann das Kloster, dann kriegt das Kloster 500 Punkte. Ja. Achso, ich habe keinen Rang. Sehr gut. Dann kann er ihn auch nicht anzeigen. Was haben wir noch? Können wir das auch bei den anderen Sachen sehen? Puzzle? Ne, da sieht man es nicht, oder? Was die anderen haben. Das würde mich halt mal interessieren. Schade. Und bei den Szenarien? Da sieht man es auch nicht. Okay. Na gut, na gut, na gut. Ich lasse euch meine Musik ein. Ich komme mir was zu trinken, und dann wechseln wir das Spiel. Ich weiß noch nicht, ob was. Ich wollte mir noch irgendwas angucken. Naja, bis gleich. Ich weiß noch nicht, ob es nicht, ob es nicht geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Pure Randomness. Kann man hier suchen? Age. Filter and Search. Search, Map Modes. Score, Height. Plate Created. Achso, das sind die, die ich gespielt habe. Okay, habe ich nämlich noch nie gemacht, deswegen weiß ich auch nicht, wie das geht. Pure Randomness. Pure Randomness. Gleich nach Age. Okay, jetzt werden wahrscheinlich sehr viele erstellt. Die Frage ist, hat die Halloween-Sache denn ein Halloween-Ding? Ah, das wird hier nichts bringen. Muss man schon wirklich direkt kennen? Was gibt es denn noch? Local Game, Highscore Hunts. Die sind aber normal. Die könnte man auch mal machen. Ich habe nicht sogar ein paar Sachen gemacht, nicht? No Move, Zoom, Pun, Country Streak 2. Oh Mann. Die Full Country Streak. Okay, probieren wir die mal. Ich finde das Halloween-Zeug wahrscheinlich jetzt eh nicht. Play next round. Okay. Aber wir können, wir können uns bewegen, aber wir haben nur eine Minute 18 Zeit. Und wir müssen das Land auswählen. Paré. Ich habe schon eine Vermutung. Aber es gibt da so drei Länder, die da reinfallen. Oder vier sogar. Die hier. Okay, tendiere ich zu Peru. Es könnte auch Bolivien sein. Weiß nicht, wer da vom Portugiesisch war. Arica, Rockerfall. Ah. Ja, bei schnellen Hinweisen bin ich nicht gut. Ich bin lieber der gemütliche Sucher, nicht? Der so wirklich, ich will wissen, wie das Land ist. Es muss irgendwo stehen. Cemento. 15 Sekunden. Militär. Wegen Militär gehe ich auf Bolivien. Aber Palm. Chile doch. Ah. Aber auch gemein. Genau in diesem Eck, wo alles zusammenkommt. Naja, gut. Try again. Rennt ja nicht weg. Ist doch schon wieder sowas. Prohibido Basura. Hier war ich schon mal. An diesem Spot wurde ich schon mal abgesetzt. Und das war, wo war das? Ich kann mich nicht mehr an diese Karte da erinnern. Müsste auch gleich eine Schiene oder sowas irgendwo sein. Oder in die andere Richtung. Aber wo war das? Ja. Ja. Da steht was. Vielleicht hilft uns das. Argentinien. Richtig. Geh doch. Oha. Ja. Das wird hier nicht helfen. Bis dahin kommen wir nicht. Auf den Schild stand zumindest irgendwas. Da muss ich da nochmal hin. Die Sprache. Dann kann man das eingrenzen. Velocidad. KPH. Nehmen wir dich fast auf Mexiko oder sowas tippen. Kilometer per hour. Wer gibt das so an? Brasilien. Grüne Schilder. Chile. Chile. Könnte aber auch Brasilien sein. Aber die haben da viele grüne Schilder. Guatemala. Das sieht halt nach Atacama oder irgendwas Hochliegendes aus. Nicht? Oh, wir haben noch 14 Sekunden. Ja. Probieren wir es mit Chile. Peru. Das ist nicht mein Modus. Was haben wir noch? No Movement Country Streak. Probieren wir das. Das dürfte nicht viel besser werden. Cusco. Das müsste auch hier drüben. Weiß nicht. Eins von den dreien. Cusco. Peru. Cusco. Okay. Können wir sogar auf der Karte sehen. Ah. Ah. Wir versuchen es mal mit denen. Wo sind sie? Da. Ja. Jawohl. Elektrizität. N 102 und Palm. Das kann nur Reunion sein. Ja. Das war... Das ist schon nicht schlecht. So. No Movement. Ich glaube hier kann man am ehesten herausfinden über das Auto, wo man ist. Wenn man das nicht weiß, ist man aufgeschmissen. Es könnte Thailand sein. Genauso gut wie Panama. Ich nehme Panama. Ja gut. Amerikanische Jungferninseln. Schade. Versuchen wir es nochmal. Salida Observatorio La Ciela Obras King Chilenos. Japanisch? Zu dreckig, nicht? Taiwan. Doch japanisch. Oh. Haben wir eine schmutzige Ecke von Japan erwischt? No Movement. Entrance. Lake Entrance. Linke Seite. Neuseeland? Australien. Ah. Okay. Fifty-fifty Chance. Och. Militärgebiet. No Movement. Keine Ahnung. Äh. Kirgizistan. Mongolei. An der Ecke zu Russland. Boah. Das soll einer herausfinden. No Movement. Ich meine, No Movement macht es insofern einfacher, dass man sich irgendwann entscheiden muss, weil man eh nicht mehr sieht oder findet. Bolivien. Ähm. Ähm. Die Sonne ist im Westen und geht wahrscheinlich unter. Ja, ich weiß noch nicht, von wo sie kam. Rechtsverkehr. Rechtsverkehr. Das sind schon riesige Gebäude, probieren wir es wieder damit. Könnte aber auch Katar sein. Aber, Glück gehabt. So, schaffen wir jetzt unseren Rekord. Wir sind in Afrika, Südamerika, Philippinen. Signal. Arrrr. Signal Light Load. Ohnli. Toang Solidna Combo. Grün. Matting Bangong. Allein von den Fahrzeugen... Kann ich es nicht sagen. Smart Bro. 45 Sekunden noch. Gas. Ich gehe mal... Ich gehe mal auf die Philippinen. Oh ne, das ist... Sind das die Philippinen gewesen? Ja, nicht Philippinen, wann war es? Ich nehme das jetzt. Bam. Rekord gebrochen. No Movement. Grrrr. Guam. Ne, Afrika. Na, Südafrika dann. Maseru. Oh, wo ist Maseru? Maseru sagt mir was. Maseru ist gar nicht so klein. Maseru. 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 Wo bist du? Oh, Maseru. Guter Bute. Das kenne ich nicht. Maseru. 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 Hier. Da. Bam. Vier. Okay, jetzt... Jetzt haben wir Druck. Singapur. Amerika. Rechtsverkehr. Rechtsverkehr. Rock'n'Roll Lunch. Was könnte? Coffee Shop. Sehe ich eine Palme? Monday to Friday. Könnte hier sowas wie Inselantiquitäten stehen? Das wär' hilfreich. One East Tauvic. Zwecki... Zweckito. Bison. Das kann nur Amerika sein. Ja. Fünf. Wow. No Movement 5. Wir sind gut heute. Das Auto ist doppelt. Linksverkehr. Können uns halt nicht bewegen. Ein gewagter Call ist wirklich... Also könnte... Fossei Jakobus. Das bestätigt mich eigentlich so ein bisschen... Darf mir... Das Ganze sieht mir nicht nach... Australien und Neuseeland aus. Ich geh' auf Südafrika. Ja. Tach, krass. Es... Das war jetzt wirklich gut. Aber nur, weil der es so unsauber aussah. Sogar 6. S949. Veredefort. Ah, Veredefort. Ist doch wieder... Südafrika. Oder ist es... Aber er... Ja, er ist eigentlich immer... Nicht? Finnisch. Ja. Ist nochmal Südafrika. Sollte ich gar nicht überlegen. Finn. Oh, nein. Oh, schade. Okay. Kanada. Ja. Gut, Thailand. Schade. Das ist blöd. Das war nur ein Movementen. Black... Äh, Bild. Aber cool. Dann sagen wir mal 4. Nicht? Wir haben unseren Rekord von 2 auf 7 erhöht. Das ist doch mal was. No Movement, no Zoom, no Pan. Haha. Können wir auch nochmal machen. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist halt echt... Irland. Ah, England. Da muss man echt viel Glück haben. Sieht ein bisschen runtergekommener aus. Deswegen würde ich nicht Niederlander sagen. Hahaha. Okay, es sieht ein bisschen runtergekommener als Niederlander aus. Das ist Deutschland. Na gut. Kommt hin. Nur Zoom ist halt auch fies. Man kann sich nicht mehr die Sachen angucken. Aber Philippinen. Eins haben wir. Oh. Oh, richtig mies. In dem Stil kann man es vielleicht festmachen. Und an der Antenne vom Auto. Wir sind in Europa. Spontan hätte ich Italien gesagt. Und da ich keinen besseren Dings hab. Rüßland. Ah gut. Kommt auch dasselbe bei raus. Ich war halt noch nie in Rüßland ein Geogesser. Ich wollte erst Irland nehmen. Hab keinen Baum gesehen. Und hab Island genommen. Bibliotheka. Ungarn. Polen. Polen. Dafür. Für nicht bewegen. Nicht gucken. Bin ich zu schlecht. Tschechien. Belgien. Okay. Wegen des Kreuzes hätte ich das nicht gedacht. Eine Insel. Keine Ahnung. Haiti. Malaysia. Okay. Post Office. Three Spire Strings. Shrop Garbans. Sieht nach so einem alten Bild aus. Australien. Ah okay. Ich hab nicht gesehen, dass da Linksverkehr ist. Autobahnbrücke. Beschmiert. Keine Ahnung. Deutschland. Wort Mazedonien. Wenn man sich nicht ein bisschen umgucken kann. Das ist echt mies. Uruguay. Keine Ahnung. Habisch Emirate hätte ich nie vermutet. Irgendwo irgendwas hier. Laos. Kambodscha. Mongolei. Chile. Naja, war ein bisschen zu bewachsen, nicht? Jetzt. Jetzt will er mich ärgern. Und... Ah, das kann doch Tunesien sein. Ah, shit. Ja, roter Dinger aus Tunesien. Mann, kacke. Rechts. USA. Okay. Gelb. Oh, wo war Gelb-Dings? Warte mal. Die laufen zwischen den Dingern. Ja, dann irgendeins hier unten. Albanien. Russland. Ja. Irgendeine russische Exklave. Daran kann ich mich noch erinnern. Das sieht mir nach... Jordanien aus. Ja. Da steht Motorrad. Das Auto ist weggeblurrt. Und zwar so ein riesiges Auto. Und das hatten wir in Panama. Ha. Ha, ha, ha. Krass. Okay. Aber das kriege ich nicht hin. Wir fahren auf der rechten Seite vermutlich. Ja, die sind auf der rechten Seite. Sonne steht nördlich. Das heißt, wir sind im Süden. Ich würde fast sagen Argentinien oder Chile. Argentinien. Okay, Sri Lanka. Ja, gut. Nee. Wir bleiben bei zwei. War Default-Country-Streak nur eins? Das muss doch besser gehen. Selbst wenn ich zufällig rate, muss es doch besser sein. Hm. Heute habe ich aber auch ein Glück. The Anvil. Alencong Link. Hm. England, oder? Ja. Muss man ja nur noch das schaffen, um da neun... Scheiße. Also gerade ist irgendwie ganz schlimm. Deswegen habe ich nur eins. Ich glaube, weil das zweite Bild immer schwarz war bisher. Ähm. Südkorea. Ach, knapp daneben. Kambala. 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 Kambala muss ich an Afrika denken. Ich sag' Indien. Sahara, Beach, Resort und Spa Ägypten, aber ich war noch nie in Ägypten hier Ich glaube nicht, dass es das gibt Aber Sahara, Arabische Emirate, muss aber Kalidport Keine Ahnung, wo Kalidport liegt Die Flagge erkenne ich auch nicht Da ist noch was Offizielles Okay, ich nehme Das da unten Glaube aber nicht, dass es das ist Ich glaube eher Dakar Oder irgendwie sowas Schwierig Irgendwas hat in der Wüste Aber eher in Afrika-Richtung hätte ich gesagt Doch richtig Okay, hätte ich jetzt nicht vermutet So, dann haben wir zwei Was ist das schon geschlagen? Amman Das kriege ich hin Das kann ich mir lustigerweise merken Amman Und Al-Karak Ja komm Wird's sein Jordanien Perfekt Schon drei Insel Insel Elwale Phänonome Okay Nicht Afrika Vermutlich Noch eine Minute Puente Puente Tranquila Ecuador Tranquila Ich kenne dieses Auto nicht Muss ich gestehen Okay Wir fahren Nochmal in die andere Richtung Vielleicht Brasilien Oder so Wir nehmen Brasilien Ein Palm Wahrscheinlich eher eine Insel Irgendwas Diesel To ship Riekeka Panama Wieder Okay Wenn man das Auto nicht kennt Aber Immerhin verbessert Sehr schön Was haben wir hier? Scorehans Ultra Instinct Pinpointing Okay Versuchen wir mal das Was war das? Wir haben nur 10 Sekunden Irland Okay War nicht Irland Thailand Jetzt ohne irgendwas Einblenden sogar Oh krass Da irgendwo Flacher Ah im südlichen Teil Gemein Kirgizistan Oder sowas Hier Da oder Wo es so grüner wird Doch Mongolei Ah Hätte ich nicht gedacht Wenn es so grün ist Nissan Vielleicht Hier irgendwo Israel Ach kacke Boah Das ist nichts für mich Keine Ahnung Schiele Ein Punkt Immerhin Ne Das nichts auf der Karte ist Finde ich okay Können hier Den Rekord machen Weil ich spiele eh mal 30.000 Punkte Worldwide Landmarks Pinpointing Probieren wir das Ja gut Was ist das für ein Landmark Man erkennt ja gar nichts Ich erinnere mich aber an dieses Ding Aber fragt mich mal wo das war Im ersten Moment hätte ich gesagt Nordkorea Scottler Bank Nur noch 25 Sekunden Jugendliche Palm Irgendwo Brasilien El Salvador Was haben wir hier Church of all nations Okay Schon mal Aha War schon nicht irgendwo da In die Richtung Vielleicht Clues Aber man kann auch Clues bekommen Ah Okay Dann die Flaggen Ja super Da hängen aber alle Flaggen Die Flaggen sind Nicht zu erkennen Keine Ahnung Nehmen wir Kumasi Lagos Nigeria Ah Okay was haben wir hier Blubas Auch irgendwo Afrika Ah Die Insel Keine Ahnung St. Lucha Oh krass Das war geraten Ich habe nur St. Lucha genommen Weil hier diese Martinique und Kack Sachen sind Und die auch alle diese Dreieckigen Sachen In irgendeiner Weise haben Und ich dachte nur St. Lucha Noch nie gesehen Und die Flagge habe ich auch noch nicht gesehen Hätte ich nicht gedacht Ach nee Natürlich Into the Ocean Ähm Panama Keine Ahnung Kokos Keeling Island Ah Das ist ein guter Hinweis Wo waren die denn Kokos Keeling Ähm Kokos Keeling Waren die nicht hier genau Da Und dann War irgendwo Da vielleicht Ach ja Wir waren ja mitten im Wasser Stimmt Egal Geht auch noch Die Punktzahl Wow Irgendwie geht das noch Sehr Monolistisch Und so wenig Leute Kampfschätz Ich würde schon sagen Rüssland Irgendwo Ist halt Der fehlt Ich sag St. Petersburg Keine Ahnung Turkmenistan Noch nie gewesen Ok Krasses Bild Ist ja fast wie Satellitenbild So fies Ja wow Erst zwei Meter drüber Jetzt hier Die Frage ist Ist das nur ein Tempel In irgendeinem Land Oder ist das wirklich In Thailand Hat gepasst 20 Runden Ganz schön viel Ok Das kann nun So ziemlich Überall sein In dieser Welt Medina Keine Ahnung Marokko Na gut Oh ich dachte schon wieder Ein schwarzes Bild Was sieht da nach Frankreich aus Oder sowas Ist auf jeden Fall Ein größeres Stadion Hubschrauberlandeplätze Knipp Ok Osteuropa Das Ist in unserer Ukraine Ok Kenne ich mich ja gar nicht aus Kiew Kiew Ok Hat gepasst Ok Irgendwo in Asien Oder Madrid Madrid Und dann so eine Dinger Die hätte ich in den Philippinen erwartet Ist ja grottig Aber wo Razzado Obradiro Ich hoffe das ist keine False Flag da oben Saria Ben Algopode Sehr Ben Das ist so eine komische Sprache her Klingt das so Lateinisch Nicht Museo Kathedral 800 Jahre De Santago Oh Die Zeit war um Wo war es denn Spanien Spanien Ok Hätte ich wahrscheinlich Madrid genommen Amerika Frankreich Amerika Aber wo Irgendwo um Boston Oder so Keine Ahnung Nein Natürlich In Ungarn Aber Maria Was haben wir noch Ich weiß nicht Ich hätte ja Birma Butan Irgendwas Es gesagt Nepal Vielleicht Kathmandu Und wo ist es In Kolumbien Na klasse Also die letzten Lingen ja echt Daneben Das sieht aus wie So ein Kinderspielzeug Und wir dürfen Nur hier stehen Keine Ahnung Omi Ist ja interessant Das ist Eingepastet Nicht Omniconsulting Punkt Net Hm Ich weiß nicht Ob das Bild So zulässig Ist Bäume Motorräder Ähm Keine Ahnung Myanmar Ghana Null Hinweis Ähm Okay Äh Das sind die Gleichen Das ist Besser Olicia Grün Ungarn Oder Rumänien Budapest Keine Ahnung Oh Lupiana Slowenien Oh Ähm Ein auf dem Drach Stehendes Haus Äh Kopfstehendes Haus Orlando Ja Wo ist Orlando Orlando Florida Das ist Oregon Genau Orlando Florida Nicht Ja Und Wo ist dieser Freizeitpark Magic Kingdom Wonder Works Keine Ahnung Wo der ist Magic Kingdom Disney Irgendwo Irgendwo Zwischen Vielleicht Zwischen Den Parks Das war Disney Resort Okay Hier ist echt Viel los Noch fünf Das zieht sich Aber Irgendein Leuchtturm Leuchtturm In In Südwestlicher Richtung Keine Ahnung San Francisco Uruguay Natürlich Oh Ah Endlich mal ein Landmerk Was ich Gerade so noch Erkenne Aber wo liegt Die Dings Die liegt irgendwo Hier vor Statue of Liberty Und wir Stehen Da Oder so Okay Die wollten die Liberty Einen Punkt Verloren Und das Da wollte ich Olga nicht Weitermachen Das ist auch Einfach Treasure Island Nee Alcatraz Genau Und dann Die Fotos Kennt man Dann auch schon Big Blue Hole Oh Wo ist das Oh Wo ist dieses Kack Big Blue Hole Big Hole Big Hole Big Hole Kann man nicht lesen Keine Ahnung Irgendwo in Afrika Äh Wahrscheinlich In Accra Keine Ahnung Nee In Kimberley Okay Ein Letztes Okay Das ist Zu Halloween Ein creepy Haus Das ist doch Von irgendjemandem Berühmtes Elvis Haus Oder sowas Keine Ahnung Mitte USA Ja Keine Ahnung Magnificent Seven Okay 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 was ist die nicht fertig play next round was waren noch 20 von ach das ist jetzt 20 von 20 ich dachte wir waren schon bei 20 von 20 gut dass ich das speichern kann ich weiß da war picardo gerade der doktor von star trek glaube ich wenn das das ist der hatte ich von hier ein foto gepostet und der hat geschrieben er ist in neuseeland aber fragt mich mal wo das hier ist keine ahnung hier da hinten krass was für ein zufall jawoll immerhin haben wir da jetzt was drin stehen 13 minuten 47.000 naja aber nur 260 von 287 die es gemacht haben gut dann machen wir jetzt noch eine normale runde wie wir es immer machen und dann kommt das nächste heute alles einmal herangenommen dann südamerika deutschland war auf jeden fall deutsches weide rind aber in deutschland dürften pferde nicht draußen rumlaufen und vor allem nicht in dem zustand das kann dauern ich hoffe ihr habt zeit mitgebracht wir fahren jetzt den ganze weile durch ein paar rinder herden irgendwie bin ich dachte erst heute es wird besser und jetzt ist sie wieder da mit dem verschleimten toll körper toll toll ähm 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 let's far again like we did it last summer oh man das ist auch depressives wolken nass das sah ich auch vor der tür da brauch ich hier nicht langfahren oh oh back to previous und wir waren in dieser richtung nach norden ok nach norden ah heute heute ist er zickelig da kommen schilder und da kommen wir nicht hin willst du mich verarschen ach ok wenn wir jetzt hier gleich stehen bleiben dann breche ich aber ab und fang nochmal von vorne an das sind ja heute goldene spots wo hatten wir denn euch das wo ich immer dachte dass da rahmen drauf sitzen ähm ähm aber auch so nix zu sehen an häusern oder wenigstens irgendein Schild wo irgendwas drauf steht Ah, es wäre so schön, wenn man dabei einfach Musik hören könnte. Da ist mein Gebäude. Aber ich glaube nicht, dass uns das in irgendeiner Weise weiterhilft. Ich bin immer noch auf Argentinien, wenn ich das sehe, aber... Tja, so wirklich hilft mir das nicht. Vielleicht ist es auch wieder Panama, aber da waren die Autos größer, nicht? Wahrscheinlich blaue Heckkante oder so ist den meisten dann auch schon wieder klar, wo man ist. Da, jetzt endlich mein Schild. So de Gordo. Puente. Puente ist auf jeden Fall Südamerika, nicht? Wo war Puente? Die Puente. Das ist auch gar nicht so klein. Puente. Puente. Puerto. Die Puente. 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 Puerto, Puerto sehe ich ständig. Wer war's da? Aber Estandia, nee, nee, es muss hier schon. Und ich muss ja, ich muss ja eine, ich meine, das sind 329. Steht da noch, Emuneli esta Lima. Lima wäre hier. Puno, Piura, Puente lag irgendwo hier, kann das sein? Ich weiß noch. Puno, oder war's Puno? Und ich hab schon wieder... Ach, Gordo sagt mir auch irgendwas, aber... Das ist ja schon Chile. Puno, Cusco. Ich meine, es darf auch nur die einzige Stadt in einer langen Reihe von Städten sein. Sonst würde man ja eine andere angeben, nicht wahr? Oh Mann, Puente. Hier steht meistens ein kurzer Lallen Genko drin. Panama ist neu drin, das kann's nicht sein, dann würde ich mich erinnern. Mexiko glaube ich auch nicht. Puente. Ja. Und... Gordo habe ich jetzt auch nicht gelesen, muss ich aber gestehen. Okay. Ich halt das mal fest und dann fahren wir nochmal weiter. Obwohl ich nicht glaube, dass wir einen besseren Hinweis kriegen werden in einer ganzen langen Zeit. Okay. Ich würde, der Weg endet hier auch gleich. Und dann können wir nur in den anderen Reihen fahren. Puente. 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 Ich habe meine Gehirnleistung, was Gedächtnis angeht, ist echt im Keller. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ein Schild haben wir nichts gefunden. Oh, die ersten Autos. Und wir haben Rechtsverkehr. Und da ist noch ein Schild. La Paloma. Ist das auf der 44? La Paloma. Mann, das sind, das ist so, oh Mann, ich könnte mich echt, La Paloma, sag mir sowas. Wenn, ich weiß genau, wenn ich in diesem Land war, habe ich das immer gesucht und immer habe ich nur La Paloma gesehen. Aber denkt ihr, ich kann mich erinnern, weil ich ja was anderes gesucht habe, wo das war? Ich meine, die Länder hier sind nicht mehr lang genug, um 329 Kilometer überhaupt zu erreichen, dass man da die nächste Stadt reingibt. Das macht also keinen Sinn. Hier würde Quito eher dran stehen und Cuenca. Wenn es hier nicht irgend so eine Grenzstadt ist. La Paloma. Oh, La Paloma Blanca. Das weiß ich genau noch, dass ich das gesungen habe, wenn mir das bei La Paloma mich in den Sinn kam. I'm just a bird in the sky, never going to be, till this is easy, or La Paloma Blanca. La Palomas. Ich meine, das einzige Land, was lang genug ist, dass zwischen den Städten, die so groß sind, 300 Kilometer Platz ist, ist eigentlich Chile oder Argentinien. Oder halt Brasilien, aber da sind mehr andere Städte. Oh, das war halt, aber da würde doch Montevideo dran stehen. La Paloma Blanca. La Paloma. La Paloma. Ah, 16 Kilometer. Und wo ist jetzt Puente? Mein 300 Kilometer sind... ...1, 2, 3. Irgendwo an der Grenze. Oder irgendwo hier hoch. Dann müsste es aber hier sein. Oder hier. Die Frage ist nur, wenn das hier wäre, warum schreibe ich dann Puente ran? Vielleicht heißt Puente auch Hauptstadt. Okay. Und das ist 16 Kilometer weg. Wir stehen auf irgendeinem Feld. Das Feld geht nicht weiter. Sie geht auch nach dem aus. Dann stehen wir da. Keine Ahnung. Ich glaube, ich finde es nicht besser, oder? Na Paloma nach Südwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. Kommt hin. Es kann auch sein, dass wir gerade an dieser Kreuzung standen. Nee. Ist ja nur eine Dreier. Ist auch eine Vierer. Hm. Können auch irgendwo hier sein. Guck mal das Gebäude. Vielleicht steht da irgendwas, was das eingrenzt dran. Aber da kann ich auch nicht rumfahren. Alles klar. Vielleicht werden wir die Hauptstraße finden. Vielleicht werden wir die Hauptstraße finden. und ich wette es gibt noch woanders ein La Paloma und das ist nicht dieses das ist so ein generischer Name deswegen ist auch kein Puente da 300 Kilometer bis Puente warum sollte ich das ranzschreiben wenn die Hauptstadt viel dichter dran ist eine Straße die nach Nord-Süd geht und dann nach was ging die vorher nach Süd ja genau Nord-Süd und dann nach Osten weg geht das können die nicht sein aber hier die irgendwo könnten das sein und so sehen die halt auch aus hier haben wir eine Dreierabkreuzung hier haben wir noch eine Dreierabkreuzung das heißt wir können hier irgendwo sein oder Nord-Süd und jetzt eher nach Südosten hm müsste sie ja gleich noch weiter nach Osten gehen ne aber sie geht nach Süden das ist wieder. Das heißt so, so, so. So, 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 so. Hier könnten wir sein, gerade. Ich, ich habe keine Idee. Und dann sind wir Nord-Süd stehen wir. Dann stehen wir also hier und hier geht es auch nicht mehr weiter oder so. Ich sage, ich sage einfach, wir stehen hier. Stehen wir an irgendeiner Straße? Stehen an der Straße, aber nicht an irgendeinem Gebäude. Dann stehen wir an der Straße. Die geht nach Südwesten weg. Norden, Osten, Süden, Westen. Keine Ahnung. Wir stehen jetzt hier. Ganz woanders. Weil hier ist auch ein La Paloma. Ja, nicht? La Paloma, La Paloma, La Paloma. Alle fünf Meter gibt es ein La Paloma. Und Puente sehe ich immer noch nicht. Ich meine, wenn ich Puente ranschreibe, dann muss es doch so groß sein. 300 Kilometer bedeutet hier bis zu der Grenze, also das hier in etwa. Das heißt irgendwo hier würde ich den Puente erwarten. Ich hätte jetzt natürlich mit der dritten Stadt gegenchecken können, diese Guaca, Guacarocoa. Aber das hätte ich nicht gefunden. Schade. Oh, Osteuropa. Ja, macht heute Spaß. Vor, zurück, vor, zurück. Ey, och nö, jetzt nicht so anfangen. Och nö, och man. So was nimmt die Freude. Raipole, Lettland, Litauen. Da war's. Parallel zum Straßenrand. Oh. Lettland, Estland, Lettland, Schreiben. So, und da haben wir das steht. In Lettland. Ja. Okay. Dann lett mal das Land. Und da drinnen die 48. Ob wir sowas sehen? Naja, oder? 37, 33, 20, 40, 48. Okay. Sagen wir mal, wir nehmen an erstmal hier. Und wenn wir gleich einen Namen haben, können wir da ja mal in der Gegend gucken. Und wir müssen natürlich in die richtige Richtung. Das ist dabei am wichtigsten. Ich fahr jetzt mal mit der. Selbst mit der Tastatur springt ja zurück. Okay. Prost. Jetzt noch mal. tackling. ims tutto. Oh, vor allem ist die Straße neu. Ja, 47, das sind eher Kilometerangaben, nicht? Aber egal. Hier fahren LKWs, das heißt, da geht es auf jeden Fall Richtung Autobahn. Außer er fährt hier weg. Ah, ne, fährt er nicht, ich dachte. Es sieht aus, als ob wir in der Kurve für eine Autobahn sind. Komm, hinterkommt doch sich eine Chemnitzer Straße, Deutschland. Okay. Da, schilder, endlich. Ja, es ist Muitza. Ich glaube nicht, dass die in der Größe erkennbar sind. Ich glaube nicht, 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 ich glaube nicht als Kraukle. Fast richtig. Ich glaube, da müssen wir noch weiter rumfahren. Oder hier gucken, ob es noch andere Schilder gibt. Babri. Babri. Bababababiri. Babri. Ich sag euch, so ein nerviger Reitschleimhusten nicht gut tolle Wand hat sicher eine Relevanz aber leider keine Autobahn wie erwartet Vekrava Prikeli da ist ein Schild mit EU aber sehen wir halt auch nur dass es Lettland ist das hilft uns auch gerade nicht weiter wenn wir es nicht hier lesen können weil wir ran können da war eine Stelle die ihn gestört hat ok ihr mag er wieder nicht ok 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 Am schlimmsten ist wirklich das Flippen. Wenn man kurz nicht hinguckt und der flippt dann in die andere Richtung, dann fährt man Kilometer wieder in die andere falsche Richtung. Nur wenn man Glück hat und bemerkt, hm, diesen markanten Punkt habe ich doch eben schon mal befahren. Warum bin ich denn hier nochmal? Da merkt man das. Doppelschild. Vierfachschild. Bumm, bumm. Da hätte ich aber gedacht, dass der Algorithmus das besser zusammensetzt, aber das hatten wir neulich schon mal. Ukrainische Flagge? Wann ist das? Das muss ja dann von aktuell sein, nicht? Ja. 2023. Aber hier fahren so viele Autos, hier muss es doch irgendwas geben. Irgendeine Markierung. So, hier sind wir im Pirelli. Oder Pirelli. Und da könnte was Wichtiges stehen. Wenn es nicht weg wären, im falschen Moment. Walni, Madonna, aber steht dran. P6. P6. 2. P6. 3 ist wo? P85. Pirelli. Da sind wir. Okay, okay, okay. Und wir sind jetzt von Süden herangefahren. Dann fahre ich nochmal in die andere Richtung und dann steht da wahrscheinlich genau ein Schild und wir hätten gar nicht so weit fahren müssen. Wir werden hier stehen. Wir haben heute eh nicht so viele Punkte. Bäm. Da unten sogar. Krass, wie weit wir gefahren sind. Wow. Okay. Da unten hätte ich nie gesucht. Ja, wie viel Straßen es gegeben hätte. Ich dachte echt nur das bisschen, bis Pirelli rein sind wir. Da hat er ganz schöne Sprünge gemacht. Rapole. Stand auch nicht dran. Schade. Und den Ort. Gut, wir sind durch so ein paar Häuser gefahren, nicht? Wo nix dran stand. Babri. Okay. Das hätte ich vielleicht. Okay, die Haltestellen. Ah. Dann steht da wirklich der lokale kleine Ort dran. Okay, das muss ich mir merken. Werde ich eh vergessen. Dann können wir das aber auch stiller ab. Frühstücken. Das müssen wir heute nicht so genau sein. Afrika oder Südamerika oder Asia? Südamerika. Heute kommen wir auf jeden Fall super schnell voran. Tschüss. Wie красив ist ein paar Punkte. Wieال Heh qué? тяasıER. Familienher operativen. In der Beinein. Für uns ist was weiß wundereufelländer, arte. Was weiß ich nicht mehr downloads. Ich bin ein paar caterer here. Und weirs炉- planning. Wir brauchen ja eres pentru самыхaret- Was weiß ich unbedingt nicht mehr für история? Was weiß sie wollen. Je Orb가지braun Obrig. осв 교然後 coexist是不是 bin ich Vielleicht steht was am Bus dran Oder auf diesem Schild Ritorno Okay, Brasilien Panama Gut, aber der fährt überlang Aber Könnte auf jeden Fall ein Hinweis gewesen sein Oh man Komm Fahr Wenn man so Tage hat, wo Google dann aber auch nicht aus dem Knick kommt Macht es aber nicht so viel Spaß Jetzt geht es wieder Steht hier Wirklich Die schildern ständig irgendwo Ritorno, Ritorno, Ritorno aus Aber sonst nix So Ich Vielen Dank. Hat er mich jetzt gedreht? Ich weiß es nicht mehr. Okay, aber da kommt auch nichts. Fahr'n wir mal hier lang. Da vielleicht. Und SIS Shield Panama. Okay. Okay. Da das echt neu ist, ist das immer wieder verwirrend, sage ich es mal. Wird an meiner Heizung kein Internet. Wird. Geht auch. Ähm, ja. Da steht doch noch was. Provinza de Chiriu. Kolne. Kolko. Ost. Jalla. Kolon. Chiri hatte ich auf jeden Fall gestern gelesen. Dann sind wir wahrscheinlich wieder da oben. Kann das sein? Hier? Nee. Hier. Chiricu. Distro de Tolle. Kommunizio de la Bella Vista. Okay, das Ding ist ein bisschen größer. Bella Vista heißt wahrscheinlich einfach nur was. anderes noch, El Correcimiento, wahrscheinlich bin ich eher in etwas kleinem, wo ich mehr ranzoomen müsste. Da steht noch, Unidad de Sanitral en El Correciento de la Bella Vista, Destro de Tolle, Provincia de Chiruru. De Tolle. Hier ist E4, Santa, Palo Alto, Bella Vista. Ah, okay, Bella Vista, de Bella Vista und dann Correcimiento de la Bella Vista. Ich kann es halt nicht richtig lesen. Aber das macht das Einzige, aber ich hätte eher gedacht, wir sind in De Tolle und nicht in Bella Vista. Das hatte ich eigentlich gerade nach gesucht. De Tolle. Wahrscheinlich. Spontan sehe ich sowas jedenfalls nicht. Das Einzige, was ich aber sehe, ist Chiru Chito. Okay, fahren wir noch ein Stück. Und wenn wir da nichts finden, dann locke ich da irgendwo ein. Ich meine, wir sind ja sehr hoch, sind hier Berge. Würde auf jeden Fall hinkommen. Und wir fahren hier die ganze Zeit eher Nord-Süd, nicht? Würde auch hinkommen. Warum? Das war das hier nicht. Ja, da sind wir. Nach Süden, das heißt, wir sind in der Kurve. Wir stehen, keine Ahnung, ist hier eine Abfahrt? Nö. Da. Ganz woanders. Natürlich ist da auch Escuela de la Villa Villa. Alter, mein Gott. Also heute läuft es einfach auch nicht. Okay, machen wir das nächste jetzt White Gas. Okay, das wird eh White Gas. Ähm, da. Da hinten. Natürlich. Und Italien. Wir sind an der Autobahn. Das können wir doch finden. Vielleicht ist auch noch San Marino. Ist keine Autobahn. Ich dachte. So aussieht wie eine Autobahnauffahrt. Aber nee. Dann eher San Marino. Schade. Okay. Da geht's nicht weiter. Dann sollte ich vielleicht auch auf der großen Straße einfach langfahren. Moment. Nochmal Mülltonnen. Moment. Zu unscharf. Schade. 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 bläät. Shade. Ja, das klingt doch gut und hast ein offizieller Schild. Gib mir mein Schild. oh shit die Ted Avolo und hier ist auch gleich Sense wir waren auch irgendwo nur in so einem Industriegebiet hier die ganze Zeit hin und her so jetzt sind wir wieder auf der großen Straße okay diesmal in die andere Richtung so Startpunkt und dann folgen wir dem Motorrad hmm er sieht schon sehr nach Samarino aus Globo Globolino Globolino Zone Produktiva naja okay das wäre noch zu beweisen nur weil ich die Zone so nenne muss sie es nicht sein da ah endlich die Erlösung Samarino Centro ja die Bestätigung von dem was wir schon lange wussten so Rivini geht nach Norden das wissen wir auch Samarino Centro geht nach Süden wissen wir auch wir sind in Domango es geht nach Domango Domango genau das heißt das dürfte der Kreisverkehr hier wieder sein ich glaube an dem war ich schon mal oder hier hinten an dem gibt es nämlich so mehrere mal gucken ob es der ist den ich schon mal hatte äh ne das ist nicht der die Fußgängerbrücke kenne ich nicht okay nach Westen geht das nach Domango hatten die nicht auch einen Namen hier genau hier haben wir doch auch Straßen Namen La Cariola ja das ist er Zona Produktiva und wir stehen ähm vor dem Glober am da steht es da schon direkt La Cariola irgendwas mit äh Acapulca oder sowas hier da stehen wir und dann Richtung kommt die hier nochmal an ne nicht dass die da zweimal aufeinander treffen ja bam neun Meter ok Uruguay 21 Minuten eieiei Lettland 12 Minuten ok Panama 10 Minuten Mongolia ja 12 Sekunden haben wir uns keine Zeit mehr gegeben Zamorino 6 Minuten 51 Minuten aber auch nur 24.000 Punkte nicht mal 25.000 Punkte das schmerzt aber so ist es ich hole mir nochmal was neues zu trinken und dann wechseln wir zu City Skylines Prost zu Termin Vielen Dank. 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 Und da oben mit Flaggen, genau, all countries, unendlich Zeit, ja, ihr geht's ja eh schnell, desire the ride, okay. Pikta-Inseln, okay. Falkland-Inseln, okay, mit Schafen, die haben also Schafe da unten, gut zu wissen. Es ist nicht Kroatien, ja, das ist Kroatien, ja, das ist Kroatien, ja, wir waren immer beim Kroatenessen, das kenne ich dann. Was haben wir da? Oh, die Umrisse, das hatten wir doch neulich. Oh, das war doch irgendwie, war das, war das, war das, war das, war das, war das San Marino? Nee, das passt, war das, 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 war das Reunion hat eine andere Flagge, die erkenne ich so langsam. Majotte ist es auch nicht. Da stand noch Majotte drauf. Sehr schön nicht. Ich habe so ein Gefühl, als ob das irgendwas... Es war ein Ding in einem anderen Ding. Aber ich kann mich auch komplett irren. Ja, die sehen auch alle nicht so aus. Wie sehen die Cook-Inseln aus? Auch nicht so. Pick-Inseln hatten wir ja gerade. Eine Inselverbund aus sechs. Warte mal, war das hier vielleicht? Nee. Hm. Sieht aus wie Lidl-Texas halt. das ist von Venezuela auch noch nie im Spiel irgendwie gehabt, nicht? Guyana nicht ich glaube, die hätten man auch erkannt was was afrikanisch ist aber Lesotho und Swaziland beziehungsweise Eswatini Watswana hätte aber eine glatte Kante hmm 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 Kribati, nein. Hawaii, na gut, das wäre ja dann US, Nauru nicht, Mikronesien nicht, sieht irgendwie antarktisch aus oder sowas, oder Nordpol oder so. Also, das wäre alles viel zu kompakt. Deswegen muss das eigentlich ein Land im Landesinneren irgendwo eher sein. Was von irgendwo umschlossen ist, für eine Insel ist das viel zu... Malediven, ne, die haben ein Ding, einen Mond. Ich kann mich halt erinnern, dass wir das neu hatten. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Pferdland hatten wir gerade, die können es also auf keinen Fall sein. Hanuta hatten wir, Hanuta, Cookinseln, Französisch, Polynesien. Huvalur würde ich erkennen. 1, 2, 3, 4, 5 sind auch nicht 6. Hier irgendwas, was diese Form hat. Irgendwo hier. Kirgisistan. Kirgisistan. Djibouti, nein. Und den sieht halt auch keins so spezifisch aus, dass ich sagen würde, das würde passen. Ha. Kosovo. Och, das ist doch... Ja, weil das... Okay. Kann man sagen, was man will? Ist das nun ein eigenes Land oder nicht? Ja. Äh. Äh. Puh. Bolivien. Kolumbien. Ah. Bolivien war grün. Äh. Bolivien war grün. Ecuador hatte ich, ja, dann lieber Kolumbien nehmen. Warum denn Bolivien? Ähm, okay. Okay. Das... Das... Hatten wir... Das sind die... Vanuatuai... Oder so. Nee. Virgin Islands. Ach. Vanuta waren das andere V. Naja. Zwei. Okay. Noch einmal. Und Nordmazedonien oder sowas bestimmt. Richtig. Ach du Kacke. Was ist das? Zwei Schiffe mit Männchen drauf, die im Sonnenuntergang mit einem Segel fahren. Tokelau. Keine Ahnung. Das ist französisch. Polynesien. Okay. Boah. Vier Farben. Zentralafrika hätte schwarz. Burundi. Mauritius. Ah. 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 Ah, Kanada. Oh. Eben noch gelacht. Ah, wer war das? Kuba? Keine Ahnung. Wake Island. Stimmt. Ja. Ja. Diese Map da. Hm. Okay. Drei sind doch wohl drin. Ah. Das ist genau so ein Land, was wir neulich hatten. Ah. Ich weiß auch wo. Durch die vier Sterne. Das sind die Co-Killing-Inseln, oder? Die haben nicht die Form. Nee. War es die Weihnachtsinsel? Es war die Weihnachtsinsel. So rum. Okay. Weil die Sterne leicht anders stehen. Ist das Argentinien? Nein. Oh. Wer hatte denn schwarz noch mit drin? Paraguay. Botswana. Ah. Ah. Es ist reines Raten. Madagaskar. Ah. Das ist Guiana. Aha. 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 Ich kann es mir einfach nie merken. Ich kann es mir einfach nie machen. Ich kann es mir einfach nicht sagen. Tatschikistan. Nein. Ja. Da ich mir noch mal ein bisschen sagen. Ja. 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 Pforzfleck Ist das nicht Das ist nicht Polen Monaco Stimmt Monaco hat diese viereckige Form Arr Ich brauche die Klassiker Sowas hier, das kriege ich hin Grönland Verrühr Verrühr Das hatten wir Das Lerneffekt Französisch Polynesien So, dann haben wir unsere drei Das reicht Sehr schön Und dann Wechseln wir jetzt zu Cities Skylines 2 Boom So Für Youtube mache ich hier eine kurze Pause Da geht es im nächsten Video weiter Also Tschüss Youtube Tschüss Youtube Tschüss 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 Tschüss